Herzlich Willkommen zum Rockhütten-Podcast! Ja, so, folgendermaßen, ähm, Turm und ich, wir sind ja auch lang, lang nicht hier gewesen. Das lag einzig und allein daran, da Turm und ich zusammen im Urlaub waren, zusammen ein Schützenfest gefeiert haben und uns nach dem Schützenfest noch was ausruhen mussten. Und, es war schön, was nicht so schön war, ich hab euch stark vermisst und das war gelohren. Ich wollt sagen, sonst wärst du auch mit ins Phantasialand gefahren, ne? Ich war ja da, ich hab euch beobachtet. Ah! Ich war in Wurzeltown, den ganzen Tag, ja gut, aber weil ich so lange nicht hier war, hab da gesagt, ich soll dir die Episode eröffnen. Ähm... Ähm... Oh, dann wird groß gefeiert! Schon wieder? Ja! Ne, wollen wir nicht lieber drei Jahre Rockhütte? Ich bring Bohnenkamm mit, apropos Bohnenkamm! Oh! Sollen wir einen trinken? Ja, der Turm trinkt eh keinen! Na komm, dann trinken wir einen! Oh, Turm, bleibst du dann... Auf, dass der Horst wieder da ist! Jupp! Bleibt's wieder an uns! Ich freu mich drauf! Oh! Da sind doch nur zwei drin! Gar nicht wahr! Du Lüß! Du hast doch schon einen getrunken! Ja, da sind aber noch vier drin jetzt! Gib endlich her! Ach! Wer war das? Ich hab das aus der letzten Episode alles gespeichert hier! Ist die Silke da? Ja, diese Episode geht viral im Moment hier! Die Silke ist jetzt immer da! Silke, Renate, Elisabeth, Dorothea, Xenia, Isabella! Wie die Stimme am Schluss hoch geht! Ich bin froh, dass ich Moins weiß, dass ich Horst heiß! Und heute heißt es? Bumsen auf Lebenszeit! Jawoll! Also, in diesem Sinne! Auch die 147. Episode wird präsentiert! Heute am 18.8. von der Firma Jetzt quasi mir nicht dazwischen! Ich hab gar nichts gedrückt gerade! Von der Firma Domritter! Und jetzt lass mal saufen hier die Scheiße! Ja, Prost! Prost! Yeses, Maria! Der schmeckt aber immer noch Scheiße! Nein, kommt doch der Torben! Junge, 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 Junge! Hast du Febräst benutzt? Du warst verdammt lang weg! Ja, klar! Horst, mach da Platz! Ich bin jetzt dran! Ja, dann sag ich mal, schön, war schön mit euch, ne? Tschö, Horst! Mach mal ein bisschen Technik! Ich geb mal ab an Torben! Eigentlich brauchst du keine Technik mehr machen, wir können das auch so, aber... Ja! Du bist halt da! Schön, dass ich wieder hier sein darf! Hallo Torben! Dich haben wir ja auch ewig nicht gesehen! Hallo Dennis! Hallo Thomas! Alles klar? Klar! Ich hab an dich erhört! Es ist schon wieder Freitag! Es ist wieder dieser Wintergarten! Hast du auch hier gehört, Danger jetzt Schützenkönig? Ja, ich war live und in Farbe dabei! Ich habe mit gefiebert in der ersten Reihe! Ähm... Ja, ich sag mal so! Der hat, ähm... Also, was schießen angeht, der hat schwach angefangen und stark nachgelassen! Also, was mir ja aufgefallen ist, es waren ja drei Anwärter! Ja, in der Tat! Ja, in der Tat! Und, äh... Die anderen zwei Anwärter haben sich locker gemacht! Die haben, die haben die, die Uniformjacke ausgezogen! Beim Danger habe ich jedes Mal, wenn der an dem Gewehr stand, gedacht... Die reißt jetzt! Ja, ja, das sah auf den Bildern auch so aus! Der, der, äh... Der, äh... Also, alle anderen oder die anderen beiden, die waren auch nach außen hin nicht so nervös wie Simon, Danger! Aber Danger hat, glaube ich, auch um zwei, ab zwei Uhr nicht mehr geschlafen! Er war schon aufgeregt, das merkte man ihm auch an! Was man aber durchaus verstehen kann, gegen zwei Kontrahenten zu schießen, hat es lange nicht gegeben! Letztes Jahr haben zwei gegeneinander, äh, äh, geschossen! Warum hat der nicht zuerst auf die Kontrahenten geschossen? Weil, kann ich dir sagen, warum? Das ist das Problem noch erledigt! Als rauskam, dass der Danger, äh, äh, da mitschießen möchte, haben die quasi um die anderen zwei eine Danger-Zone quasi gezogen, damit da nichts passieren kann! Die anderen Schützenzüge haben sich überlegt, wie können wir Danger ausschalten? Haben sich dann mal so im Schützenzug... Saufen hat's nicht geklappt! Genau, mit Saufen hat's nicht geklappt! Dann haben die sich mal umgeguckt, so wer dem körperlich gewachsen wäre, ähm... Die haben aber den Braunbär nicht aus dem Zoo gekriegt! stopp! Und auch da hat, äh... In dem Einzug ist Freddy Klöters! Selbst Freddy hat dir sagt, nö... Also, nö! Lass mal! Ähm, ja und deswegen stand Danger dann immer noch da! Ist Freddy Klöters eher so Kategorie- Schreck? Ne, der... der ist halt... der hat noch nie ein Fitnessstudio von Ihnen gesehen, außer wenn er da eine Toilette repariert hat! Der ist halt, ich glaube, der ist Gas Wassermann, seit der 13 oder 14 ist und so sieht der halt auch aus. Also der hat, der ist, der ist schon eine Maschine, der Kerl. Also der hat Oberarme und der hat, Junge, der hat Hände. Da kannst du auf jeden Fall schön mit übern... Große Hände, nicht wahr? Kannst du mit übern Pazifik paddeln, echt? Das ist schon ordentlich. Naja, auf jeden Fall hat es mit ihm keiner aufgenommen und Danger ist es auch... Naja, verdienen wir jetzt schlecht zu sagen. Bei über 300 Schuss hat der Adler keinen Bock mehr gehabt. Nee, der hat kapituliert. Der Adler hat Selbstmord begangen. Wir haben auch zwischen der Zeit nicht mal überlegt, ob wir auf das Feld gehen und jedem eine Rübe holen, dass jeder einmal drauf werfen darf. Irgendwann wurde es lang. Aber Danger hat den Vogel runtergeholt und ja, das wird ein aufregendes und schönes Jahr, glaube ich. Ja, Danger fehlt jetzt auch in den nächsten 600 Episoden, weil er verlangt jetzt Geld dafür, dass er hinbekommt. Der muss ja jetzt einen Hochstart, muss der ja jetzt... Ja, und vor allem haben wir ja Freitagsvorstandssitzung. Da fahre ich dann ja meist nach dem Podcast, dann komme ich ja meist später dann dahin. Und der Schützenkönig des amtierenden Jahres, der dann im Oktober dann ja gekrönt wird erst, der ist ja jetzt gerade noch wie nennt sich das designiert? Ja, ne? Der wird ja... Der wird ja... Der wird dann ja im im Oktober wird er gekrönt und ab dann ist er ein Jahr bis zum nächsten Oktober Mitglied des Vorstands. Muss man ihn dann ein Jahr lang Hoheit nennen oder Majestät? Eure Hoheit ginge, ja. Er meldete sich heute am Telefon mit The King is speaking. Also, weißt du, wie er mir vorkommt? Ich bin nachts aufgewacht, schreiend und habe ein Bild vor den Augen gehabt. Da gibt's doch das Märchen vom nackten König. Ja, ja, ja. Verstehst du? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich hab... Ich nenne ihn weiterhin zärtlich Jabba the Hutt. Geht? Naja, da musst du vorsichtig sein. Er ist jetzt König. Er ist nicht mein König. Habt ihr den Film King's Peach gesehen? Boah. Er redet zum Glück nicht so, aber King George war ja sehr, sehr starker Raucher. Der ist ja auch nachher an Lungenkrebs gestorben. Also, auf jeden Fall den Nikotinkonsum von King George. Der kommt ihm, glaube ich, relativ gleich. Ich meine, letztens war er noch der König im Affenstall. Der Schritt ist nicht weit bis zum Schützenkönig. Hat er dann auch einen Zepter? Nee. Nee, nee. Zepter gibt's nicht. Das darf er nicht rausholen, weil öffentlich und so. Ach so, ja. Ich verstehe. Er ist aber so ein kleines Zepter. Er hat noch nie die Sonne gesehen. Zepter ist... Zepter, Zepterchen. Der kann sich ja jetzt eine goldene Krone dran piercen lassen bei Silke. Genau. Ja. Die Silke macht ihm ein Krönchen. So schließt sich der Kreis. Ja. Nee, er hat einen, er ist voll behangen mit einer Königskette. Um das Thema von letzter Woche kurz noch aufzugreifen. Ja, ja. Wie sieht's denn mit dir mit... Nein. ... ... Mit Genitalherpes aus? Mit Genitalherpes aus, nein. Nein. Auch Piercing, nein. Nein? Vielleicht so ein paar... Nein. Ketten? Nein, auch das nicht. Du hast ja immer so seitlich an der Hose eine Kette. Portemonnaie-Kette. Nicht, dass die durchgeführt ist. Ich hab gesagt, das bleibt unser Geheimnis. Nein. Nö. Ich höre der Kette, aber Respekt. Die Frage ist auch, was führt er zuerst wo durch? Die ist vorne schon gelagert. Du musst nicht nur das durch die Tasche ziehen und dann das Portemonnaie und dann die Nippel durch die Lasche. Ja. Und mit der kleinen Kurbel. Können wir bitte irgendwas... Also ich hoffe immer, dass mein Portemonnaie, dass wir nicht in Münzen bezahlt werden. Das Metall klimpert so. Ja. Genau. So. Was passiert diese Woche, ey? Merkst du, jetzt geht's auch wieder straight nach den Riegeln des Portemonnaie. Nee, nee, Moment. Ich habe nichts gemacht. Ich würde mir nicht anmaßen, nach meiner zweifeligen Pause hier das... Du maßt dir schon an, hier gerade Eistee zu saufen. Ja. Statt Bier. Ja. Ich hab nach Schützenfest immer eine Woche, nee, anderthalb Wochen, ja eigentlich zwei Wochen fast. Ja, bis Samstag. Ja, bis morgen. Meinst du, das ist der Leber zuträglich, einfach so gnadenlos von einem auf der anderen Sekunde aufzuhören? Nee, ich hab... Sie ist schon ein bisschen auf. Ich bin runter, ne, du darfst ja nicht von jetzt auf gleich, das ist scheiße. Ja, was sag ich. Kalter Entzug. Ähm, ich hab abgeflutet. Ja. Jetzt ist gerade Ebbe. Ich mach ja danach nach Schützenfest immer, ähm... Das ist von 4,8 Prozent auf 2,5. Genau. Daher kommt ja auch, wie viel... Nur noch morgens ein Starkbier zum Frühstück. Also den Mittwoch nach Schützenfest kommt immer grundsätzlich die Frage, wie viel muss ich trinken, um 0,5 Promille zu bekommen? Drei Tage erstmal gar nix. So, ne? Und das hab ich jetzt auch geschafft. Und ich entgifte gerade. Also kein Nikotin, kein Alkohol. Bis morgen. Toll. Morgen. Ja, morgen ist Samstag. Ja, jetzt auch heute auch. Nee, nee, nee. Siehste, das ist nämlich das Suchtempfinden. Da kannst du... Ach ja, komm, wenn ich morgen, dann kann ich auch heute. Kann ich heute, kann ich gestern. Nee, 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 nee. Mein Freund. Erzählt schon seit 3 Stunden von morgen, aber... Was hältst du davon, wenn du bis Sonntag durchziehst? Ja, schlecht. Ich geh morgen zum Fußball. Morgen ist... Aha. Wo gehst du hin? Ja, ich geh morgen zweite Liga. Zweite Liga läuft schon. Morgen spielt ja Borussia in Augsburg. Erste Liga. Mit so weit. Erste Liga. Erste Liga. Bis Augsburg ist weit. Deswegen geh ich zweite Liga. Also geh ich zweite Liga. Ja, wir verlieren auch meistens in Augsburg. Deshalb ist das da gar nicht. Und wir spielen... Die... Also ich sag nicht wir. Die spielen... Obwohl, ich hab auch ein Trikot. Spielen gegen Paderborn. Also hier 95. Ja. Fortuna. Fortuna. Bist du hier im Wippraum, in Hosenwippraum? Nix, nix. 13 Uhr. Irgendwo billig im Block. Das ist halt das Geile irgendwie. Zweite Liga, ne? Kostet 10 auf die Karte. Mehr Bier. Es gibt leckeres Altbier. Und danach geht's dann noch ein bisschen weiter in Düsseldorf. Noch 2, 3, 4, 5 Liter. Nein. Bier trinkt. Läden. Und dann ist halt nämlich diese anderthalb Wochen schon wieder komplett durch. So. Genau. Merkt hat schon. Ja. Ja. Ich hatte auch... Was hattest du? Ein wundervolles Erlebnis diese Woche. Erzähl. Ich bin... Also der König ist zurückgekehrt an seinen Arbeitsplatz. Ach, du musstest ja wieder arbeiten. Es war traurig. Nach 4 Wochen Urlaub war es echt traurig. Ich habe mir noch 2 Tage Homeoffice gegönnt. Also so wie du. Erstmal. Ne? Ja. Du musst... Slow anfangen. Ja. Dann habe ich mir nach 4,5 Wochen halt dann erstmal wieder eine Hose angezogen. Mich rasiert. Duschen gegangen. Und bin dann das erste Mal Mittwoch auf der Arbeit aufgeschlagen. Und es erwartete mich tatsächlich noch eine Steigerung zu meinem rosa Arbeitsplatz, den ich im letzten oder vorletzten Jahr begrüßen durfte, von dem ich schon erzählt habe. Ach, man ärgert dich so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob das Ärgern ist oder Liebe. Man munkelt noch. Auf jeden Fall erwartete mich heute quasi das Büro von Helmut Schmidt 1968. Mit Aschenbecher? Ja. Welch klasse. Meine zwei Monitore sind gebastelt natürlich, aber sind eingefasst in Holz mit Drehknopf. Ich habe eine klassische Plastiktischdecke mit Fliesenoptik. Darauf drapiert ein Spitzendeckchen. Ich habe den Aschenbecher. Ich habe den Flaschenöffner in Form eines Bierglases. Und das rote Telefon mit der Direktleitung zur DDR. Ja, es ist unfassbar. Also da kommt es hier echt vor. Es hätte nur noch den Geruch von kaltem Rauch gefehlt. Eigentlich war ich auch kurz davor, mir eine Kippe anzumachen. Aber im Großraumbüro kommt das nicht so gut. Das war schon ein Highlight. Hat Helmut Schmidt auch nicht interessiert. Nee, das stimmt allerdings. Aber ich rauche auch keine Mentholz hier. Also von daher, das war echt mein Highlight der Woche. Ich weiß nicht, was die sich nächstes Jahr einfallen lassen. Ich befürchte, dann wird mein Stuhl zu einem Sarg oder so. Krass. Wahrscheinlich. Aber nette Arbeitskollegen. In dem Zusammenhang, weil ich über meine netten Arbeitskollegen so voller Freude bin. Ich möchte mal hier in eure... Das sagst du nur, weil die zuhören. Ja, ich möchte mal in eure Runde was fragen. Schlafwandeln eure Frauen? Nein, meine Schuhe. Wir haben eine Frage. Wenn ihr im typischen männlichen Tiefschlaf seid, ja, und dann springt eure Mitte der Nacht eure Frau auf, schreit als würde sie abgestochen werden, läuft zwei Runden durchs Zimmer, ihr selber habt entweder einen Herzinfarkt oder seid zumindest hellwach, legt sich wortlos dann wieder hin und schnarcht direkt. Was macht ihr dann? Erschlagen. Bist du auch für erschlagen? Ich wäre auch für erschlagen. Ja. Oder einen Arzt anrufen auf jeden Fall. Also, aber für länger. Für länger. Für einen Daueraufenthalt. Mit, 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 mit Jäckchen. Okay, ne? Ja. Gut. Ne, wollte ich nur mal wissen, ne, wo wir gerade so bei Kollegen und so sind. Hat mich einfach interessiert. Ne, es war trotzdem, ich habe einen unglaublich tollen Schreibtisch. Ja. Das ist schön. Den lasse ich auch eine Weile. Das Spitzendeckchen stört ein bisschen, wenn du die Maus bewegst. Also, ein Fliesentisch wäre schon cooler gewesen, aber das ist halt auch schwierig, ne. Du musst ja, musst ja erstmal dahin karren. Schön, schön, dass du so ein Riespitz hast. Schön. Ja. Gefällt mir auch besser als der Rosane. So, jetzt noch was ganz anderes. Ja. Habt ihr gehört, dass es Döner in Dosen gibt? Nein. Im Gesamten. Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Also, es gibt ja Döner frisch am Drehspießgerät. Du musst erstmal in diesem Land einen frischen Döner finden. So, und jetzt wird die Scheiße schon in der Dosen. Ja, jetzt muss ja den unterschiedlichen Drehspieß, Döner, Dingensfrikadellen... Bomborki... Also, da ist ein türkischer Koch, im Saarland, glaube ich, ist der, der hat das Rezept seines Vaters nachempfunden, also ein richtiges Dönerrezept, und hat es geschafft, den Döner in die Dose zu kriegen, wie Gulasch aus der Dose. Wie hat der das nur geschafft? Dönerfleisch in Dose, pressen, Dose zubacken. Ja, ja, aber der soll... Nee, nee, das Brot drumrum, den Salat, das Dünste drumrum... Das ist ja so, die Dose, die legst du ja dann in heißes Wasser, machst auf und kannst es essen. Also, quasi fertig. Ja, aber Dosenfleisch ist trotzdem nichts Neues. Aber das ist einfach nur Dosenfleisch, oder wo ist jetzt das Highlight? Es ist nur Dönerfleisch da drin, oder? Da ist fertiger Döner drin, den du dann erhitzt und dann... Ja, was heißt da mit Brot? Du brauchst dann also nicht... Das Gute daran ist, du kannst es länger... Es ist ja konserviert, du kannst es länger halten, als wenn es tiefgefroren ist. Ja. Und der Geschmack ist halt... Aber das ist nur das Dönerfleisch? Nur das Dönerfleisch. Aha, okay. Das ist ja quasi mittlerweile da wohl eine Delikatesse. Aber jetzt kommt's. 100 Gramm. Was meint ihr denn, was dieser Döner... 12,99. Ja, heutzutage Inflation und so und alles wird ja als teuer, also wertig verkauft. Ich sag 5,99. Fast 5,42 Euro für 100 Gramm dieses Dönerfleisch. Ich würd's einmal probieren. Vielleicht auch live im Podcast. Kann man das schon kaufen überall? Das kann man wohl auch kaufen. Sollen wir im nächsten Podcast mal in die Dose rumgehen? Ich wär doch schon mal interessiert, ob das schmeckt. Ich würd's auch essen. Reines Rindfleisch. Rindfleisch. Ne, Kalb. Kalb ist das ja... Ja. Komm, zerhack das Kalb. Es ist doch schon 6 Wochen alt. Ist denn nicht ein Kalb auch ein Rind? Es wäre gerne eins. Aber es ist ein junges Rind. Bäh. So. Fett. Das war kein... Aber egal. Aber das... Ich würd's auch gerne mal probieren. Komm, zerhack das Kalb. Ja, fassbar. Ist bestimmt lecker. Definitiv. Ich würd's probieren. Also das könnte auch das klassische mittags in der Aluschale Schappi-Schevapcici ersetzen. Also ihr kennt doch dieses tiefgefrorene Dönerzeug. Hat ja bestimmt jeder mal probiert. Ne. Ne, nur Gyros tatsächlich. Ja, Gyros. Ja, das Döner. Gyros wie das Döner tiefgefroren, was du da so kriegst, das schmeckt alles nicht. Kannst du knicken. Also wenn das schmecken sollte, dann wäre es gut. Aber jetzt mal im Ernst. Also der sagt jetzt, das ist von mir aus hochqualitatives Kalbsfleisch. Okay. Aber letztendlich, wenn du irgendwo fertig, nicht vom Spieß. Asbach fertig. Gyros oder Dönerfleisch kauf. Was ist das, wo du sagst, es schmeckt nach Gyros oder Döner. Am Ende ist es das Gewürz, das war es aber auch. Das könnte auch der letzte Rott sein. Das Gewürz macht es dann weg. Da muss der echt schon mal. Wir organisieren so eine Dose. Sollen wir mal so eine Dose? Und dann gibt es gleichzeitig, weil wir dann Dosen verköstigen. Weltpremiere. Sollen wir dann auch noch so eine Dose Fisch holen da? Zuströmming? Ja. Den machst du nicht hier drin auf. Nein. Aber du könntest noch einen Ofenleberkäse aus der Dose. Gibt es auch. Das sieht ziemlich in der Werbung kommt der schon mal. Der ist ein bisschen fies. Oh, ist mein Handy. Kennt ihr diese Dosen, die du aufmachst, wo dir diese Dinger entgegengesprungen kommen? Diese Schlangen. Ja. Ja. So sieht es etwa dieser Ofenleberkäse auf. Du machst das auf und dann kommt der da so richtig aus dieser Dose raus, weil der sich in seiner Größe sehr, sehr verändert. Also ich habe das gerade bei Amazon einfach mal eingegeben. Das zweite, was mir angezeigt wird, Feinkoststudent, Schweinehoten aus der Dose. Dann bestell die auch mal mit. Und Zürströming wird mir angezeigt. Dann bestell den Schweinehoten mal mit. Frittierter Kamelpenis aus der Dose. Gibt es auch? Das sind Scherzartikel. Oh, für meine Kollegin frittierte Vogelspinnen aus der Dose. Finde ich auch gut. Also auf Amazon gibt es den Döner noch nicht. Sollen wir denn mal das Zukunftsfood mal probieren und uns ein paar Heuschrecken bestellen und die mal grillen? Nee. Konntest du im Urlaub, also von meinem Urlaub habe ich ja schon erzählt, aber da gab es ja ein Dschungelrestaurant. Da wollten die Kinder immer unbedingt hin. Da konntest du auch ein Menü bestellen. Ich sage nur, für umsonst, dass ich einmal bei euch auf dem Teppich kotze, kein Thema. Gebt her, aber nicht dafür noch teuer bezahlen. Du konntest das Menü Dschungelprüfung bestellen und da waren dann Mehlwürmer und Heuschrecken. Ja, weil das ist ja mittlerweile auf der Lebensmittelkarte. Ja. Also Mehlwürmer kann ich euch ein Kilo mitbringen. Es klingen bei uns jetzt halt aktuell die Vögel. Ja, aber es ist so ein Protein ohne Ende. Ja, ich finde... Es ist auch so. Du musst das mal pragmatisch sehen. Wenn du jetzt einen lebenden Mehlwurm oder eine lebende Heuschrecke meinst oder die sieht auch aus wie eine Heuschrecke. Manche Leute können ja auch keinen Fisch essen, wo der Kopf noch dran ist oder so. Dann bist du gehemmt. Aber wenn du jetzt irgendwas isst, Mutiwürz, eine Proteinfrikadelle nur aus Insekten. Mutiwürz, ist doch scheiße. Ja, ich sag mir ja, du betrocknest das, mörsern und dann wieder zusammensetzen. Ich würde mich nur nicht hier hinsetzen und so eine gegrillte Heuschrecke am Stück. Warum denn nicht? Nee, hätte ich auch eh... Ich will es doch nicht. Hätte ich. Weil ich das nicht will. Seid doch mal ein bisschen mutiger. Kannst du denn diese Dönerdose bestellen und so einen... Den Leberkäse. Den Leberkäse. Ja, guck ich nach. Super. Das wäre mal ein bisschen nicht schlecht. Da drauf trinkt man dann den 80-prozentigen O'Donnell aus, den wir noch hier stehen haben. Das wäre doch was. Von Pamela. Das wäre doch was. Aber wir testen das dann live hier im Podcast mit dem Essen. Dann machen wir glaube ich, nehmen wir am besten mal samstags auf. Das ist doch mal nicht schlecht. Ja. Was ist denn noch passiert? Rollst du bei dich erstmal bitte. Du klangst gerade wie Kirmit. Krass. Oh, hey. Was ist denn noch passiert? Schau mal, Bert. Hey, Miss Piggy. Hey. Hier. Was ist denn noch passiert? Du bist da. Ja. Okay, was ist noch passiert? Willst du ein A kaufen? Jetzt kommen wir mal ein bisschen... Werden wir ganz kurz ein bisschen ruhiger? Wir haben schon... Am 15. Wann war denn das? Am Dienstag. Am Dienstag ist tatsächlich ein, würde ich definitiv sagen, viel zu früher Tod aus dem Deutsch-Rock-Raum zu verzeichnen gewesen. Ja. Und zwar der gute Basser West, der Band Hämatom, ist warum auch immer nach Kuchzorg schwerer Krankheit, so das Statement der Band, hat die Schotten dicht gemacht und auch der Mann kann wahrscheinlich nicht die 50 erreicht haben, deswegen scheiß. Ah, schwierig zu sagen, ne? Ja, trotzdem. Egal, zu früh. Und aktuell wirklich eine sehr große angesagte Band und ich glaube, die haben auch seit Gründung in Halt-in-Ur-Besetzung gespielt, das heißt, da haben wirklich die Musiker auch, nicht nur die Familie, sondern auch die Musiker, Mitmusiker echt ordentlich wahrscheinlich jetzt daran zu knabbern eine Weile. Mal gucken, wie die sich wieder aufstellen. Also ein, ja, ich würde jetzt sagen, ein Bodekamp auf West, aber ihr habt den ja schon ausgesoffen. Ja, der ist ja auch für ihn gewesen. Ja. Ja. Da ist natürlich... Ja, schade drum. Echt, viel zu früh, definitiv. In letzter Zeit viele, viel zu früh. Viele, viel zu früh. Weißt du, woran ich aber glaube, dass das auch liegt? Wir machen zu viel Pause. Also die haben kurz zuvor im Wacken gespielt, die hatten keine Pause. Wie das machst, ist es nicht richtig. Kommt, du machst es verkehrt. Ohne Scheiß, kommt es euch nicht auch vor, als ob wir schon ewig nicht mehr gespielt hätten? Ja. Moment, warte mal eben, Matthäus, kommt es euch auch so vor? Es ist so. Ja, aber... Aber das ist, also dieses Jahr fühle ich das ganz besonders... Also ich hatte es schon, als ich im Urlaub war. Als ich im Urlaub war, das war Anfang Juli. Ich muss das neue Set aber noch üben. Ich könnte das ja jetzt gar nicht spielen. So lange haben wir auch noch nie Pause gemacht. Wir haben letztes Jahr am ersten Augustwochenende schon wieder angefangen. Ernsthaft? Ja. Acht Wochen Pause hatten wir noch nie. Nee. Also das ist wirklich zu lang, Leute. Und das machen wir auch so nicht mehr. Nächstes Jahr dran arbeiten. Schon. Also vier, sagen wir mal, höchstens fünf Wochen Pause. Das hält ja unser Publikum auf. Ja, fünf bis sechs. Ich halte es selber nicht aus. Also es war schön, teilweise mal ein bisschen, ja... Mal so auch die Wochenenden ein bisschen Zeit zu haben. Die Gitarre mal auf die Seite zu legen. Ja, es war am Anfang, hab ich gedacht so, geil, ich freu mich ein bisschen auf die Pause. Aber acht Wochen sind zu lang. Das muss man auch sagen. Musik ist auch mit Stress vor. Du bist am Vorbereiten. Du bist den ganzen Tag unterwegs und so. Wenn du das ganz oft gemacht hast, bist du erst mal ein bisschen durch. Aber ja, doch, ich muss euch recht geben. Also acht Wochen treffe ich. Nee, acht Wochen ist... Also da müssen wir nächstes Jahr... Maximal sieben. Wir machen das jetzt tatsächlich gerne und ich hab auch richtig Jucken in den Finger. Das war... Wieder ein Abledern. Also ich muss auch sagen... Die Sommerferien fangen auch nächstes Jahr später an. Das heißt, wir können noch in den Juli rein spielen. Aber die hören nicht früher an. Am Arsch. Nee. Ich hab... An Schützenfest hab ich ein Lied auf der Gitarre spielen müssen, dürfen wir auch... Egal. Auf jeden Fall merkte ich da, dass acht Wochen zu lang sind. Und meine Hornhaut nimmt... Der Samstag. Nee, nee, der Montag. Nee, am Samstag konnte ich keine Gitarre spielen. Morgens, ja. So bis zwölf Uhr hätte ich Gitarre spielen. Nee. Problem war, meine Hornhaut nimmt ab. Das werd ich dieses Wochenende merken. Alter Schwede, ey. Auf einmal so lang, nach drei Minuten Gitarre spielen, denke ich so, fuck. Ich werde mich dann jetzt wieder vorbereiten auf den Gesang, indem ich jetzt die nächsten drei Wochen Donnerstagsabends in den Arsch-Papp-Karaoke machen gehe. Ich werde mir die nächsten drei Wochen täglich eine Magnesiuminjektion setzen. Damit ich bei der Rockfabrik nicht zusammenbringe. Gut wär's. Es war in der Rockfabrik übrigens auch, ne? Ja, der Krampf. Aber der Krampf, der war ja dann hinter der Bühne. Wo mein Arm mich selbstständig gemacht hat. Schau mal hier, schau mal. Der bewegt sich, guck mal hier. Ach. Ja, das hab ich doch... Ey, so krass hab ich noch nie gekrampft. Das war total geil. Jetzt müssen wir auf euch ordentlich aufpassen. Ne, Torben ging's. Torben war... Torben. Ja, dann du kriegst jetzt immer vorher Magnesium-Tabletten und so. Ja, und ich bald Rian. Ja, und bald Rian. Aber komischerweise nur für der Rocke. Ja, dann... Ja, das wird ja im zweiten Moment wieder so sein. Ja, bald Rian. Ei, ei, ei. Es gibt sogar noch ein paar Karten für das Opening. Aber auch nicht mehr viele, hab ich gehört. Und bis dahin haben wir noch immer gut Wetter. Also, seht zu, ne? Was ist denn sonst noch passiert eigentlich? Ist noch was passiert? Wir können zumindest sagen... Im Moment... Ja, klar. Ja! Wir können zumindest sagen... Ich glaube, jetzt langsam dürfen wir es sagen. Die Leute sollten jetzt so in den nächsten Wochen mal auf unsere Seite schauen. Es kommt noch ein unerwarteter Auftritt dazu. Ja! Das haben wir so auch noch. Wir haben ja dieses Jahr schon die Premiere gehabt, ein offizielles Konzert als Onkelsband auf einem Stadtfest zu spielen. Wir haben aber noch eine zweite Premiere dieses Jahr. Absolut. Und wir geben keine Hinweis. Geht sofort zurück in deine Trauerkunft. Es bleibt noch unter Verschluss. Keine Keyboarder mit die Marke Kashi. Das muss jetzt Hinweis genug sein. Aber so achtet mal drauf. Es kommt dieses Jahr noch ein Konzert. Ja. Erste Gig in der Tschechoslowakei. Sensationell. So, jetzt muss ich mal eins sagen. Ich bin ja... Ihr wisst ja, dass ich seit ich ganz klein bin, Filme verschlungen habe. Ja. Filme, 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 Filme bis heute. Du solltest die vielleicht gucken. Also wirklich ganze Videotheken leer geguckt habe. Und dass ich auch ein gutes Verständnis für Filme und so habe. Das mit den Filmen zieht sich durch die letzten Wochen. Das ist schwer bei ihm. Echt schwer. Ja, pass auf jetzt. Was ist passiert? Und ihr wisst, dass ich ja auch unfassbar viel Podcast höre. Ja. Jetzt ist aber nun mal so, dass auch die Podcaster, die ich höre, Sommerpause haben. Da kommt nix. Acht Wochen. Bis Anfang September sind die meisten... Ach was. Ja. Wie wir. Die nehmen sich aber auch alles raus. Aller Achtung. Also muss ich mir Alternativen suchen. Und habe gedacht, komm. Ach du Grüne. Hörst du dir mal so ein paar Filmpodcaster an? Oh. Da sitzen dann so, ich möchte sagen... Cineasten? Möchtegern Cineasten. Die sogar dann auf so Premieren gehen dürfen, weißt du? So Premieren von Filmen eingeladen werden, weil sie in der Presse sind und so. Das sind so Leute aus den Nullerjahren. Aus den Neuen... Also hier Nuller... Hat er selber Nullerjahre gesagt. Ja, ich wollte da nur gucken, ob du aufpasst. Und so aus den Neunzigerjahren... Das ist Punch! Du Düsseldorf! Punch! 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 Auch noch sehr jung, ey. Also es sind für mich Filmschnöse. So und dann... Nennst du Namen? Nein. Ich kenne doch keiner. Die kennt ja keiner, außer die, die dann wahrscheinlich sich das dauernd geben. Ach so. So. Und dann gibt es zum Beispiel den einen Podcast, die reden dann über das, was gerade aktuell im Kino läuft. Und es gibt die, die Kritiken oder anderthalb Stunden über Filme reden, die es mal irgendwann gegeben hat. Nehmen sich dann irgendeinen Actionfilm raus und dann zerteilen die den in seinen Einzelteilen. Und ich höre das immer, wenn ich mit dem Hund gehe. Dann habe ich Ruhe, dann habe ich Zeit, der Hund macht eh, was er will und ich kann mir dann immer den Podcast anhören. Mir ist in den letzten zwei Wochen dann aufgefallen, dass ich jedes Mal, wenn ich diese scheiß Podcast höre, unfassbar aggressiv werde. Weil die jeden Film zerreißen? Weil die jeden Film zerreißen, eine unfassbaren Bullshit erzählen, über einen Steven-Steagall-Film und anderthalb Stunden reden und darauf kommen, dass der ja scheiße ist. Also das ist richtig übel scheiße. Tut euch bitte einen Gefallen und hört niemals einen Film-Podcast. Außer von Tom und mir. Ja, aber wenn wir den machen, dauert der auch nicht anderthalb Stunden. Doch, aber wir zerreißen nicht alles. Also das ist wirklich schlimm, was Leute da in so Podcasten erzählen. Das ist richtig übel. Aber sprich das nicht wieder für das, was wir schon öfters als Thema hatten, dass so in sämtlichen Social Medias und so nur noch eben das Negative zählt, dass du zuläufig auch nur negative Berichte sein musst. Es ist doch nicht was da, wird das schon zerrissen. Ja, aber das ist ja mit allem so. Weißt du? Möchte gerne euch unterreißen. Ja, es ist ein Film. Und ein Film besteht halt nicht immer aus Realität. Und Steven Seagal ist halt Steven Seagal. Ja, da muss man nicht drüber sprechen. So, und der ist halt so, wie der ist. Und dann muss man nicht 58 Mal sagen, dass er ja ein Gesicht hat. Bei viel Hochzeiten oder ein Todesfall. War Steven Seagal weltklasse. Weltklasse. Ja. Mein Gott, ey. Ich bin jetzt froh, wenn das aufhört und ich wieder meine normalen Podcasts hören kann. Da wird auch mal über einen Film gesprochen. Aber dann wird da einfach... Aber alles zu zerreißen. Und dann halt in Frage zu stellen. Ich hab einen gehört. Und dann in der Schneefass, da werden sogar die schlechten Filme gefeiert. So. Ja. Also zum Beispiel hier, Star Wars wurde zerrissen. Total realitätsfremd. Ja. Gibt keinen Todesstern und so weiter. Ist ja Quatsch. Macht nicht. Ohne Scheiß. Alien war rassistisch, weil es schwarz war. Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ist der einzige Film, der von denen nicht zerrissen wurde. Ich will hier nur sagen, hört auf, Filmpodcaste zu hören. Hört mehr... Nee, hört auf, sie zu machen. Nee, hört auf, sie zu machen. Nee, wenn sie gut gemacht sind, ist es ja okay. Nee, hört auf. Kritik ist ja auch in Ordnung, aber wenn man jeden Film zerreißt... Es gibt sogar einen Filmpodcast mit Thorsten Sträter und Hannes Bender und noch so einem Pfiffi. Selbst die kommen mir manchmal vor, als ob die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Selbst die, die reden manchmal einen Müll über Filme. Ja, aber die bereiten sich ja auch nicht vier Wochen lang auf eine Episode vor. Nein, die bereiten sich nur... Doch, die bereiten sich vor. Aber die geilen sich nur daran auf, dass die auf jede Premiere eingeladen werden, jeden Scheiß gucken können. Aber letztendlich, was die dann darüber erzählen, ist der letzte Dreck. Ach, Mensch. Also das heißt ja noch nicht mal, dass das unbedingt was Negatives ist, was die sagen. Aber das, was sie erzählen, das ist so dämlich. Und dann merkst du meistens auch, dass die eigentlich von Filmen grundsätzlich gar keine Ahnung haben. Nur riech dich doch nicht so auf. Mensch, hört lieber Rockhütte. Hört Rockhütte. Und wenn ihr jetzt erst eingestiegen seid, fangt bei eins an. Und dann gibt Gas. Das wird besser. Viel besser als eins. Und wir wussten ja noch nicht mal. Der Tom sagte ja nur, ich will gleich einen kurzen Warnhinweis aussprechen. Darüber kann ich mich aufregen. Wir wussten ja nicht, was uns erwartet. Aber ich kann das bestätigen. Kannst du nachvollziehen. Kannst du nachvollziehen. Kannst du, ja. Und deshalb hast du bis jetzt auch nur für Hochzeiten einen Todesfall gesehen. So. Und den Film kann man nicht zerreißen. Anni, den weißen Haier hast du auch gesehen. Auch den. Und jetzt mach mich nicht so schlecht dir. Bei dir wird Erziehung wohl nicht groß geschrieben. Was? Kein echter weißer Hai war. Ist aufgefallen. Das sind eine scheiße. Waren halt schlechte Special Effects. Kack. Hätte ich so nicht gemacht. Ich habe es rausgebracht, den Film so. Komm, mach mal die nächste Rubrik. Ich kann mir das Gemäcker nicht mehr anhören. Mach mal die nächste Rubrik. Es fängt wieder an. Nein, ich kann mir das Gemäcker. Ich habe einen Grund dazu genannt. Ich kann mir das nicht mehr haben. Wir haben gesagt, wir müssen anderthalb Stunden hinkriegen. Also müssen auch Füllprogramm rein. Und ich fand, das ist jetzt mal eine wichtige Sache. Wunderbar, dann bin ich weg. Du hast es im Phantasialand schon so scheiß Laune. Weil du immer umgadest. Horst, komm du ans Mikrofon. Nö. Ich lasse ihm nicht den Vortritt. Ich will aber kommen. Ja. Das Psychoprofen. Das hat man lang nicht mehr. Halt es mal zu zu sagen. Will aber keiner hören. Jetzt könnte es interessant werden. Worüber reden wir heute? Weiß ich nicht. Ich habe die Idee nicht mit eingebracht. Horst? Keine Ahnung. Cool. Tom? Ja, wir bereiten uns. Ja, erzähl. Ich habe mir Gedanken gemacht, wir sollten mal drüber sprechen. Nächste Rubrik? Nein, nein, hör auf jetzt hier. Was es denn so für Männertypen bei uns auf dem Konzert gibt, die wir während des Konzerts auch schon mal beobachtet haben? Auf dem Konzert oder so grundsätzlich? Ja, oder grundsätzlich. Ich meine, wir haben ja wahrscheinlich von allen Männertypen jemanden auf dem Konzert. Alphas. Also auf dem Konzert. Was sind denn Alphatien? Nee, das ist doch scheiße. Alphas? Ja, ein Alpha ist ein Anführer. Du bist ein Alpha. So wie Kasi, der dann auf dem T-Shirt hat, manche führen andere Folgen? Nee, Kasi ist eher, ja im Moment, wenn man Kasi sieht, denkt man, oh das ist der Typ Brecher. Wenn man Kasi kennt, das kann doch passieren, je nachdem wie viel er getrunken hat, ist er ein Brecher. Also sagen wir mal so, wenn man Kasi kennt, seine Frau dabei ist und er dann einen Milchshake möchte, dann würde ich eher sagen, schluppe, jupp. Nee, dann kommt der weiche Kern. Also ich meine jetzt auch nicht so typisch, da steht so ein Heavy-Typ und da steht da so ein Punker und da hinten... Nee, 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 schon vom... Nee, nee, nee. So die Typen. Oder vielleicht größten wir das andersrum auf. Was sind wir denn so für Typen? Wie seht ihr euch selber? Ich bin eher so Typ. Ja, so Dude. Typ Waldschrat. Nee, Dude. So Dude-mäßig. Ich bin da, man kennt mich, mir ist aber auch scheißegal, wenn ich nicht da bin. Uns auch. Ja, also ich fühle mich immer so ein bisschen als Vater-Typ. Dennis hat die Gruppe verlassen. Ich fühle mich immer so ein bisschen als Vater-Typ auch. Du bist auch ein Alpha. Das hat sich ja daraus erkoren, dass ich immer der Älteste in der Band bin. Das ist ein Daddy. Das kann ja sich auch nicht ändern, ihr könnt mich ja nicht überholen. Und als wir die Band auch angefangen haben, wart ihr alle noch ganz klein. Das stimmt. Da musste das auch so ein bisschen einer die Hand drüber halten auch. Jung, jung, jung. Nicht klein. Nee, klein war dann jung. Wir waren schon damals größer als du. Aber egal. Als wie ist du. Aber ihr nicht alle, weil ihr alle ist leider nicht mehr gewachsen. Doch, aber nicht nach oben. Aber man kann doch jetzt nicht sagen, ich wäre ein Alpha-Tier. Nee. Ein Alpha. Du bist... Ja, nee, Alpha. Wir haben kein Alpha-Tier in der Band. Haben wir nicht? Nee, das ist eigentlich... Finde ich, glaube ich, auch ganz gut, dass wir keins haben. Jeder ist auf seine Weise in dem, was er tut, ein Alpha-Tier. Ja, aber wir haben nicht so dieses Alpha-Tier-Anführer, weil wir schon, denke ich, relativ demokratisch sind in der Band. Eine homogene Masse. Ja, ist ja wirklich so. Also es gibt natürlich mal einen, der mal ein bisschen lauter, ich meine, ich bin ja auch ein Mensch weniger Worte. Ich gebe ja auch schon mal einen Vorschlag oder sowas und dann wird aber ja darüber diskutiert. Und dann gibt es ein Nein, dann gibt es ein Ja. Aber es gibt ja... Alpha-Tier ist immer so der Anführer. Auf den hören alle. Komm, wir machen das jetzt so. Genau, wird, ist gesetzt. Und das ist ja bei uns glücklicherweise, vielleicht sind das auch gerade die 16 Jahre, die uns ausmachen, nicht der Fall. Weil jeder hat halt Vorschläge, es wird darüber diskutiert und dieses Alpha-Tier gibt es nicht. Nee, es gibt treibende Kräfte. Ja. Keine Alpha. Nee, Alphas gibt es so nicht. Wir sind, also, ich finde es auch schwer, sich selber zu typisieren. Aber was macht denn ein Typ aus? Also, einmal die Erscheinung. Absolut. Dann, wie er sich gibt. Also, wie der Charakter. Macho. Charakter ist sehr, sehr, Charakter ist, glaube ich, so, wenn man typisiert, so das Hauptmerkmal, ne? Also, der kleine, der kleine Mann mit 30, früher mit dem Dreier-BMW. Eins von Tom's Lieblingsworten, Profilneurose. Was sind das denn dann für Typen zum Beispiel? Angeber. Hm. Ja. Oder Liebhaber. Der Italiener. Das ist aber wieder ein Klischee behauptet. Der Italiener. Genau, hier, geschlechtsreife Großstädter, ne? Kennst du den Film noch? Nee, ich kenne... Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit. So. Da gab es auch so einen Typ. Aber es gibt ja... Du bist ja zum Beispiel ein sehr ruhiger Typ. Also, ich habe dich so kennengelernt über die Jahre hin, dass du ein sehr ruhiger Typ bist, Torben. Dich kann nicht so leicht was aus der Ruhe bringen. Du bist nicht so impulsiv. Nee. Oder nach außen hin zumindest. Ja, innerlich, natürlich kann ich innerlich kochen, aber das kommt selten dann so zum Vorschein, weil ich wäge sehr schnell ab. Ich glaube, dass ich teils relativ abgeklärt bin und... Wir kommen nochmal auf Schützenfest sammeln. Wir sind ja FSK. Ich selber reflektiere. Du kannst sagen, du bist abgewichst dort. Ich bin abgewichster Typ. Nee, ich bin abgeklärt. Ich selber reflektiert. Abgewichst bin ich nicht. Nee, gar nicht. Aber ich bin nicht so schnell auf 180. Oder wenn ich auf 180 bin, bin ich genauso schnell wieder runter. So. Aber so Typ, ja, es gibt ja... Du bist kein impulsiver Typ. Hab ich ja schon gesagt. Nee, nicht impulsiv. Nee. Er... Extrovertiert ist er. Ja. Würde ich sagen. Er strahlt doch auf der Bühne unfassbar viel Ruhe aus. 100% sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Völliger Ahnungslosigkeit. Aber völliger Ahnungslosigkeit. Aber der Bass sieht schön aus. Er glitzert. In Hosen sitzen. Ich möchte auch meinen, dass wenn du nervös bist, wir das natürlich mitbekommen, aber das Publikum nicht. Nein. Aber wir kriegen das mit. Ja gut, wir sind auch vorher schon vier Stunden Backstage. Wir kennen uns einfach viel zu lange. Ja. Also das ist ja auch... Das finde ich aber geil, dass man Leute... Und so gut kennen kann. Ja. Aber an... Also wenn uns jetzt jemand sieht... Man hat ja direkt... Nee, ein Vorurteil ist immer negativ behaftet. Man macht sich ja selber ein Bild von... Ja, das ist das, was ich meine. Genau, das ist es ja. Das wollte ich ja sagen. Und das Bild stimmt sehr, sehr häufig, wenn man eine gute Menschenkenntnis hat. Den introvertierten Schüchsternen siehst du halt. Siehst du bei uns in den ersten Reihen eher selten einen introvertierten Schüchsternen. In der ersten Reihe ist ja schon ein Paradoxon. Ja, nur die, die dahin gedrückt werden. Genau. Die wollen aber nicht... Das sind aber auch die, die ganz schnell wieder laufen und wollen nicht. Wir haben oft voll beleibte Frauen dabei, die pressen die nach vorne. Vielleicht kategorisieren wir mal. Also wir haben auf jeden Fall so ein bisschen Schüchtern und defensiv und so weiter. Die merkt man. Die stehen relativ weit hinten mit einem Bier, wollen Musik hören, wollen aber sonst mit dem Ganzen... Sprich mich bitte nicht an. Lass mich in Ruhe. So, ne? Die gibt es. Dann gibt es die, ähm... Gibt es auch eine Reihe Null, Fragezeichen? So, ne? Also Reihe Eins ist noch zu wenig. Eigentlich so voll auf die Schnauze. Sehr... Ja, nee. Doch, es gibt auch auf unserem Konzert nicht immer. Das ist vielleicht auch immer eine Frage des Pegels. Ein Charakter kann sich bei Pegel ändern. Ja, sehr. Aber auch bei uns gibt es Reihe Null in Bezug auf... Ich brauche jetzt mal Aufmerksamkeit. Ja, genau. Kostet etwas Wolle. Genau, ist mir auch scheißegal, ob der Sänger jetzt gerade singt. Ja, genau. Ich werde mich trotzdem mit ihm unterhalten. Entschuldigung. Ist egal, ob du da auf einen Effekt treten musst. Es ist egal. Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Ja. Was halten Sie von der Weltwirtschaftskrise? Also, ähm... Kann man jetzt... Entschuldigung. Kinderarmut. 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 Was werden die Karten voraussichtlich 2025 kosten? Sind die auch von der Inflation behaftet? Was meinen Sie denn dazu? Ähm... Apropos sind sie auch geimpft. Wobei, äh... Reihe 1 nicht zwingend extrovertiert sein muss. Es gibt also ja auch schüchternere Leute. Äh, nee, schüchternen Falt. Aber introvertiert, ich finde immer, das hat was damit zu tun, wie man auftritt, wie viel man redet. Ich bin zum Beispiel sehr extrovertiert, weil ich auch sehr viel Preis gebe und so weiter. Aber es gibt ja auch Leute, die nicht viel reden. Die stehen trotzdem vorne und geben Vollgas. Die sind aber da nicht schüchtern. Das sind die Genießer. Genießer. Da muss man ja ganz ehrlich sagen, da gehen wir mal nicht von Männertypen aus, sondern vom Typ Konzertgänger, den wir da haben. Weil da sind wir ungefähr gerade. Der Typ Konzertgänger. Ja. Ja, da gibt es definitiv den Biertrinker. Das ist schon sehr interessant. Ja. Genau, der Biertrinker, der steht immer nahe eines Bierstandes. Ach, vielleicht ist das auch interessanter. Nehmen wir das mal. Ja. Das ist jetzt einfacher, gerade weil wir da auch schon sind. Ja. Es gibt den Kategorie Biertrinker. Richtig? Der steht, ich wäre auch, wenn ich Konzertgänger bin, also wenn ich der Konzertgänger bin, bin ich auch Kategorie Biertrinker. Ich definitiv. Immer nahe eines Bierstandes und am besten auch so weit, also nicht weggehen. Nee. Nee, du musst direkt den Kellner, den Namen merken, damit du den rufen kannst. Genau. Du musst direkt mit dem Kellner eins sein. Dafür habe ich ja ein Tattoo, ich brauche nur zu zeigen. Ah, okay. Aber du musst mit dem Kellner schon eins sein. Ja. Bin ja nicht tätowiert. Was steht auf deinem Tattoo? Zwei Bier, bitte. Heineken Kronkopf. Heineken. Ach so. Nicht unbedingt alles von dem Konzert mitbekommen haben. Weil es uns auch irgendwo dann, uns ging es immer um die Grundstimmung. Ja, wir hatten aber auch tolle Gespräche. Da bin ich Genießer. Also es ist ja wichtig, dass die Musik da ist. Wir gehen ja auf das Konzert wegen der Band, die da spielt und wegen der Musik, aber es ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass wir beide straight zweieinhalb Stunden lang auf die Bühne gucken. Nee. Nee. Auch ein interessanter Typ, der immer mal wieder auftaucht, ist der Musikerpolizist. Der Musikerpolizist. Immer da. Immer da. Woran erkennt man. Der Musikerpolizist redet mit der Band während des Konzerts, selbst wenn man sich kennt und davor kein Wort, postet allerdings vorher im Internet, dass er zu dem Konzert geht. Der Musikerpolizist steht meist seitlich von der Bühne in einem der Seiteninstrumentlots zugewandt mit verschränkten Armen. Richtig. Der Kopf weiterhin ist daran zu erkennen. Komma, das. Meistens kommt er aber nicht alleine. Meistens sind es zwei. Und zwar der zweite ist meistens der Ungeübte. Ja, aber der Ungeübte, der dann Fragen stellt, wo der Musikerpolizist, der Experte quasi dann antwortet. Ihm sagen kann, wie scheiße das ist. Die treten häufig im Rudel auf. Ja. Und während das komplette Publikum um die herum ausrastet, dann werden die nervös. Wisst ihr noch, wo das verschärft vorgekommen ist? Och, das habe ich schon öfter. Wir sehen euch auch übrigens. Wisst ihr, wo es versterft vorgekommen war? In Heinsberg im House of Keys, wo ich das Konzert kurzfristig zwischen den Liedern mal kurz unterbrochen habe. Da waren ein paar auf Forbensseite. Die Musikerpolizei im Saal gegrüßt habe. Ja, aber damit gehst du ja immer sehr schön um. Es gibt ja immer wieder, und der Dennis hat es gerade richtig schön gesagt, wir sehen euch auch. Und das ist halt für einen, der da oben steht, eine ganz komische Nummer. Am Anfang haben wir, nee, aber am Anfang haben wir da ja schon mal drüber gesprochen, dass ich da anfänglich, also vor ein paar Jahren, heute ja nicht mehr, mal ein Problem mit hatte, weil ich dachte so, scheiße, was machst du denn gerade falsch? Und dann kriegst du Selbstzweifel. Das ist das, was die wollen. Und dann, ja, ja, genau, und dann denke ich mir so, aber wisst ihr was, die anderen 300 Leute pogen sich gerade den Arsch wund. Ja, und du stehst auf der Bühne. Und du, und ich mache gerade den Job und du nicht, also verpiss dich. Nein, aber dann. Doch, doch. Ja, nein, aber es gibt ja, nee, nee, es gibt ja welche, die meinen das gar nicht so böse. Die sind einmal in diesen Trott verfallen, die kommen rein, stellen sich hin, verschränken die Arme, und dann ist das vielleicht gemütlich, und dann hören die genau hin, und dann merken die selber gar nicht mehr, was zu tun. Und die gibt es ja auch, weil, wenn du sie nämlich ansprichst und sagst, hör mal, hier, gefällst du? Ja, mega, ja, zeig doch mal deinem Gesicht. So, dann merkst du auf einmal, wie die, oh, aufgefallen. So, aber die Musiker... Geizt ist der Move natürlich, wenn du sagst, hey du, spiel du doch mal den nächsten Song. Genau. Darum geht es ja gar nicht. Ja, und dann kommt er auf die Bühne und spielt dich im Grunde Boden, das ist geil. Würde ich feiern. Ja, es gibt aber auch sehr, sehr viele Musikerpolizisten mit gefährlichem Halbwissen, die sich da hinstellen, denken, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss, weil sie am Pfadfinderfeuer einmal im Jahr Country Roads Take Me Home spielen, oder andersrum, Take Me Home Country Roads, sind sie die besten Musiker. Das ist nicht der Fall, und dann ist das auch nicht, dann ist es anmaßend. Das ist quasi eine Amtsanmaßung der Musikerpolizei, wenn man sich dann so, das ist dann Arroganz. Wir hatten das auch eben schon, da spielt gerne der Pegel eine Rolle. Auch ein Musikerpolizist formt sich teilweise durch alkoholbedingte Charakterentwicklungen. Das erinnert mich an einen Spruch von einem sehr selbstbewussten Mann, der uns permanent Salmiak-Schnaps ausgab und dann in einem ruhigen Moment zu mir sagte, das Konzert war tierisch geil, aber das Schlagzeug, das hätte einen Halbton tiefer spielen müssen, dann wäre es perfekt gewesen. Dann fällt dir nichts mehr zu einem. Ich bin dann auch einfach weggegangen. Ja, besser ist das auch. Da gehören auch noch die hin, die nach dem Konzert, wie er das gerade sagte, grundsätzlich sagen, dass der Sound aber richtig scheiße abgemischt gewesen ist. Ja, 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 ja. Die gibt es auch, also das ist so, weil die ja die ganze Zeit genau hingehört haben. Ja, die hören aber auch, die Gitarre im Solo-Bereich, 3,2 Kilohertz. Spitzen, die Spitzen. Ja, da war es ein bisschen, da war die Range ein bisschen zu hoch. Welche Leute ich super finde, sind die, die schon vor dem Konzert, zum Konzert kommen, also die dann zum Konzert kommen und schon in völliger Ekstase sind. Die quasi schon nachmittags oder mittags zu Hause anfangen, komplett durchzudrehen. Aber es gibt auch Who-Man. Who-Man. Ja, das sind auch welche, die wieder Aufmerksamkeit haben wollen. Der Who-Man sind eher so. Nein, ich meine die, die diesen Tag, seit Wochen auf diesen Tag hinarbeiten, sich jeden Tag mehr drauf freuen und wenn es dann soweit ist, so komplett ausrasten, so komplett aus sich rausgehen. Können wir die kategorisieren in Fans? Weil das sind ja, ja, aber, ja, okay, aber das sind ja die, die sich enorm drauf freuen. Die meisten von denen besitzen ein, also Fans ist ja immer, wollen wir ja nicht sagen, aber so, Familienmitglieder. So. So, Familienmitglieder ist glaube ich schön. Fans ist immer, ja, ist ein Fan, nee, ist Quatsch. Familienmitglieder, die sind ja meist bekleidet mit einem La Ultima Fanartikel, äh, Familienangehörigenartikel, ja, Merchandiseartikel. Das ist korrekt. Und dann siehst du ja schon, wenn du, oh, da handelt gerade Frau Baerbock. Moment. Ja, relativ schnell. Nee, wenn du dann, äh, nach dem Soundcheck hast du ja dann relativ viel Zeit und dann, äh, guckst du, äh, so selbst mal bei, bei Facebook rum, ne, und dann siehst du dann schon von den Leuten, mit denen du vielleicht befreundet bist oder in der Supportergruppe oder irgendwie sowas, siehst du schon die ersten Fotos, wie die sich dann um 13 Uhr getroffen haben, so ein bisschen wie vor dem Heimspiel. Ja, 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 ja. Ne, so schon so mit einem Bier und da kommt der noch mit dazu und dann treffen die sich mit alle Mann und so weiter. Und das würde ich als, äh, dann nennen wir es, Familienmitglied. Ja, aber. Und da gibt's natürlich erste, da gibt's, ähm, erster Grad, zweiter Grad, dritter Grad, Onkel. Ja, da gibt's Abstufungen nach oben und unten. Also nach, nach unten. Schwibbschwager. Nach unten würde ich sagen, sind die Schwibbschwager, das sind die, die ab jetzt in der zweiten Reihe das komplette Konzert durch den Handy, äh, Bildschirm, äh, begutachten. Aber auch die brauchen wir. Voller Freude. Danke nämlich dafür. Voller Freude. Weil wir bekommen ja häufig die Videos. Aber, äh, ne, denen fehlt dann eigentlich was. Also ihr kriegt nur die Hälfte mit. Dann noch eine Runde drüber ist, das ist eher so, sagen wir mal, die, ähm, die Cousine vom Dorf, die dich ganz geil findet. Das sind dann die, die anfangen irgendwann im dritten Set Toms verschwitzte Beinhaare runter zu rubbeln. Ungefragt. Kannst du das nochmal mit der Cousine, die du geil findest? Nein, ich finde meine, ich hab keine Cousine. Was ist mit eurem Stammbaum? Nein, ich hab gedacht, ja, wir sind ja gerade, ich muss da irgendeine Familienmetapher da wieder reinbringen. Okay. Also hab ich gesagt, das ist die Cousine vom Dorf, die dich ein bisschen geil findet. Weißt du? Ja, ganz interessant. Die wird auch irgendwann aufdringlich. Ganz interessant, aber in dieser, ähm, in dieser Gruppe, in diesen Gruppenbildungen, die... Ja, aber sag Großcousine. ...da mittags treffen, um dann abends zum Konzert zu kommen. Da sind ja auch ganz viele verschiedene Charaktere drin. Ja, voll. Ne? Also die, die putschen sich ja richtig auf, was ja auch geil ist. Und mich putscht das auch auf, wenn ich es sehe bei Facebook. Ne? Ach, guck mal, die sind schon auf dem Weg. Ey, da geht schon die Post ab und ich komm gleich auch gefahren. Das, das gibt mir ja auch was. Aber wenn, wenn, wenn dann diese Gruppe reinkommt, dann bauen die sich dann irgendwo vor der Bühne auf. Dann hast du so eine Gruppe da stehen. Das kann man ja so sehen, ne? Da kommt diese eine Gruppe, sagen wir mal, die sind aus Aachen. Die andere Gruppe, die, die, die aus, aus Gladbach, die, die sind immer meistens links vorne. So, und da gibt es dann ja aber auch wieder verschiedene Partycharaktere. Die Newbies. Newbies? Newbies. Die relativ häufig, die dann mitgenommen werden, als erste Mal da sind. Die wissen noch gar nicht, was auf die Gruppe kommt. Die wissen noch nicht, wie die sich verhalten sollen, aber man merkt gerne, dass sie nach dem Konzert dann zu einem kommen und sagen so, Alter. Dann gibt es die Anstupser von den Newbies, von den Newbies. Ey, jetzt, pass auf, jetzt, hier. Ja, das sind die Erlebnis, ja stimmt, wir haben noch Erlebnisorientierte. Erlebnisorientierte. Oh, ja, aber die, 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 nee, das ist wieder eine andere. Aber die sind auch bei diesen Treffen teilweise da. Ja, aber so richtig Erlebnisorientierte haben wir ja nicht. Ja, dann wollen wir den gleich erst ergründen. Dann lasse ich Tom natürlich weiterreden. Ja, und da gibt es halt auch diese Abstufung. Aber da gibt es, dabei gibt es Alphatiere. Dann gibt es auch Alphatiere, das sind die, die vorne dann an der Absperrung sogar hängen und durchwollen, teilweise aus Energiegründen. Heike ist ein Alphatier. Ja, natürlich. Meinst du, wie schwer das ist, sich immer in die erste Reihe durchzuteilen? Und die schleift ihren Mann auch immer so mit, neben die Box. Das sind die, der Mann von Heike, er ist ein ganz harter Knüppel. Hans-Peter ist mega. Der Hans-Peter, der ist einer der wenigen, die ein komplettes Konzert direkt an einer Box aushalten. Und der versteht noch immer, wenn ich mit ihm rede. Ja, das muss man erst mal schaffen. Weltklasse. Gehört der dann auch zur Kategorie Brecher? Eigentlich kein Jahr. Nee, der ist Kategorie... Kiloherzbrecher ist er. Ja, der ist Kategorie... Schmerzfrei. Ja, schmerzfrei. Ja, das ist schmerzfrei. Kategorie Gehörlos. Nee, der ist ja eben nicht, weil der versteht ja alles. Wie kann man dann Heike... Heike ist, liebe Zuhörer, die junge Dame mit kurzen, blonden Haaren, die immer als erstes da ist. Blond, brünett. Ja, dunkelblond. Dunkelblond. Alles. Und immer als erstes da ist und auch als erstes vorne in der ersten Reihe steht. Sie ist im Supporter-Club, aber das muss man anders sagen. Sie ist... Die ist Kategorie Weltklasse. Ja, Kategorie Weltklasse, aber wie sagt man? Sie ist... Kategorie muss man kennen. Weil sie ist quasi La Ultima Hooligan. Oh, Ultra. Ultra. Ultra ist richtig. Sie ist ein La Ultima Ultra. Sie ist ein La Ultima Ultra. Das ist ein Zungenbrecher auch. La Ultima Ultra. Was ich... Wobei davon wir immer mehr bekommen momentan. Ja, was ich aber an Heike sehr schätze. Deswegen freue ich mich, dass ich auch bei Facebook mit ihr befreundet bin. Ich gehe selten noch selber zu Konzerten, bekomme aber eigentlich relativ viel davon mit. Weil Heike ist immer live, freitags, samstags, sonntags, teilweise auch unterwöschig, bei den verschiedensten Konzerten in ganz Deutschland. Und ich glaube sogar darüber hinaus. Und das ist geil. Also den in Bad Ems, als die Rammstein-Band da gespielt hatte, den Abend vorher, habe ich auch zu ihr gesagt. Ich sage, vielen Dank, ich war gestern nicht hier, aber ich fühlte mich so, als wenn ich dabei gewesen wäre. Dann packt ihr Heike in die Kategorie Liebhaber. Ja. Wir könnten die Heike mal fragen, ob wir für nächstes... Also sie macht sich ja immer einen Jahresplan. Macht sie. Ja, muss sie auch haben, bei so vielen Konzerten. Naja, Rons, geht's ja unter. Du musst ja wissen, wo du hinfahren musst. Vielleicht können wir noch ein paar Wünsche für nächstes Jahr äußern. Wo sie dann hinfährt, damit wir das aussehen. Das wäre doch eine Nummer. Ja, ja. Können wir jetzt noch kurz einen Schwenk zu den Erlebnisorientierten. Erlebnisorientierte, der Erlebnisorientierte, trinkt auf jeden Fall gerne schon vorher immense Mengen Alkohol. Nicht unbedingt. Hat gerne bereits zum zweiten Song maximal am Oberkörper noch ein paar Hosenträger kleben. Ist ja auch sehr warm meistens. Maximal. Der Erlebnisorientierte animiert. Er ist gleichzeitig Animateur. Ja. Er animiert, ohne Rücksicht auf Verluste, andere, teilweise auch die Lauchs und die Brecher, mit ihm zu tanzen. Und der Erlebnisorientierte ist allerdings der, der meistens noch steht und die anderen aufheben muss, weil er schon Erfahrungen sammelt hat. Aber er macht es. Er macht es. Das ist ja auch. Er hat schon Erfahrungen ausreichend. Ja. Er ist also schon altersweise der Erlebnisorientierte. Ich weiß auch, warum die keine T-Shirts anhaben. Nee, klar. Ja. Wegen der Kunst. Der Körperkunst. Einmal wegen der Körperkunst. Das ist ja auch in Ordnung. Das muss man ja auch gesehen haben. Kostet viel Geld. Auf jeden Fall. Aber die würden doch nicht vorne in der pugenden Masse ihr La Ultima-T-Shirt zerreißen lassen. Ach so. Soweit habe ich mir nie gedacht. Ja, 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 ja. Ich glaube, das hat der Tom sehr schön recherchiert. Die liegen nämlich alle schön zusammengefaltet hinten. Das kann gut sein. Damit die dann nachher wieder anziehen können. Da kannst du recht haben. Ach, guck mal, was er weit denkt. Ich möchte übrigens noch ergänzen an die Musiker-Polizei, die auf TikTok-Kommentare schreibt, dass es, aber ihr kennt euch ja aus, ein Unterschied ist, ob ein Video von der Bühne aus oder vor der Bühne gemacht wurde. Soundtechnisch. Nur mal so. Redest du, was ist da los? Nein. Es beschwerte sich mal einer, und das war ein schönes Video, weil man, wenn man von auf der Bühne filmt, kann man das Publikum sehen. Ja, da kann man aber nur Schlagzeug hören. Man kann dann nur Schlagzeug hören. Ja, da hat sich einer mit den scheiß Songs gesagt. Und ihr könnt froh sein, dass noch ein bisschen Gesang und noch ein bisschen Gitarre durchkommt, dass nicht alle vier mit in ihr Monitoring, sonst wäre wirklich nur uff da, uff da, uff da, uff da. Das klingt ja anders. Wir kriegen nicht dasselbe auf die Ohren wie ihr. Nur so, nochmal zur Info. Aber ihr habt das ja studiert, ist ja gut. Über MV Monitoring haben wir bereits gesprochen, das Ganze aufgeklärt. Es klingt dann halt blöd, die Videos sind toll, der Sound. Wir sollten unseren Podcast hören. Auch das, ja. Aber gut, wenn sie belehrungsresistent sind, der Tom, der kündigt jedes Konzert an. Was wäre denn? Haben wir auch Kategorie belehrungsresistent? Ja. Haben wir auch. In welcher Form findet das statt? Auch mit steigendem Alkoholpegel. In der Regel, es gibt Menschen, meistens aber nicht wiederkehrend, meistens einmal, und dann hast du ihn nie wieder gesehen, manchmal aber auch wiederkehrend, die sich nicht benehmen. Egal in welcher Form, sag ich jetzt mal. Ja, aber es gibt ja häufig, aufgrund des Alkoholpegels, redest du nüchtern mit denen, ist alles gut? Nee, nee, mach ich nicht. Also ohne Alkohol geht keiner zum Konzert und sucht Stress. Mit Alkohol gibt es dann belehrungsresistente, wenn du mal einmal was sagst, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und irgendwann, ne, also das sind ja nicht wir, aber entweder macht es das Publikum oder unsere schwarz bekleideten Freunden mit Sécurité auf dem, auf dem Rücken, die sich dann darum kümmern, wenn es denen halt zu bunt wird. Und man kann halt, ne, das ist halt so ein Konzert, lebt vom Kollektiv. Schwieriger Satz, wenn es denen zu bunt wird, darfst du heute auch nicht mehr sagen. Ja, wenn es denen, ja, jetzt wird es mir zu schwachen. Nee, also. Ich sehe rot. Ja, also das lebt ja vom Kollektiv und das muss halt untereinander irgendwie funktionieren und so gut es geht irgendwie stressfrei beim Pogo zusammen mit Alkohol und so weiter. Und dann ist das so ein Machtgehaben, ne, so ein bisschen so, wer ist der Rudelführer und so, ne. Da haben wir den Rudelführer wieder. Genau. Das Alphatier. Das Alphatier, das gibt es halt auch, ne. Ja, aber, ne, aber nicht immer. Es sind auch, das sind auch manchmal welche, die so reden, als würden alle ihnen zuhören, aber die sind alleine da. Und denen hört auch keiner zu. Ja. Das sind Möchtegern. Ne, aber das geht so nebeneinander, gegeneinander. Komm, wir flitzen. Das funktioniert dann. Was mir über die Jahre aufgefallen ist, diese Streitigkeiten, die schon mal passieren im Publikum, das sind ja quasi, wie soll ich sagen, Missverständnisse eigentlich. Aber meistens sind es Missverständnisse. Und auf jeden Fall Appalien. Der eine kommt, weil der andere da ist, den er nicht leiden kann, um ihm bei dem Konzert auf das Schnauze zuhören. Das gibt es nicht. Nö. Und meistens sind das irgendwelche Missverständnisse, die dann aber blöderweise vor der Bühne ausgetragen werden müssen. Ja. Wo eigentlich nur der eine meint, also der eine hat ja nur das Missverständnis im Kopf, der andere, der weiß wahrscheinlich gar nicht, worum es da geht. Und der Rest hat da gar nichts mehr zu tun. Und das ist halt immer schlecht, weil diese zwei, die dann da miteinander irgendwas haben, die ziehen halt die komplette Aufmerksamkeit auf sich. In diese Kategorie fallen übrigens auch Becherwerfer. Ja. Haben wir auch schon gehabt. Becherwerfer unten im Publikum. Haha, witzig. Geht gar nicht. Richtung Bühne. Haha, mega uncool. Weil Konzert kann ganz schnell vorbei sein. Das nur mal gesagt an die Belehrungsresistenten, die leider nicht unseren Podcast hören. Da aber zu dem Thema Missverständnis, und da haben wir häufig, ne, kriegt man ja nach dem Konzert dann immer nochmal mit, was war denn da los? Ja, der hat meine Freundin angeguckt. Das ist doch dieses Alphatier-Gehabe. So, der denkt, ich bin stark, ich passe auf meine Freundin auf. So, der Neandertaler, der nun mal, so sind wir nun mal, ne, die Männer passen auf das Weibchen auf. So. Und da kommt ein Kuh getrunken da und guckt die dann mal an oder sagt auch Hallo. Und rammt. Bei. Auf die Fresse. Mein Weibchen. So. Das machst du super. Ja. Das ist großartig. Das ist ja so. Ne, nüchtern, weißt du, wenn du dann sagst, ey, hör mal, war gar nicht so gemeint oder so. Also nüchtern betrachtet, wäre das so, ähm, hast du dir angeguckt, ja, ist geil, ne? So. Ja, aber mit Alkohol im Kopf sind sehr, sehr viele Dinge, wo sowas durch passieren kann. Nüchtern passiert sowas in der Regel nicht. Das stimmt. Das ist immer mit Alkohol in Verbindung und dann auch mal an unsere Zuhörer, wenn sie dann auch zu unseren Konzerten kommen. Nehmt nicht alles so ernst. Wir haben Spaß, ihr habt Spaß und zusammen sind wir dann. Wir nehmen uns ja selber überhaupt nicht ernst. Genau. Wir haben aber eine gewichtige Kategorie noch vergessen. Was denn? Muss man erwähnen. Bumsen auf Lebenszeit. Richtig. Gruppis. Gruppi? Da haben wir schon Gruppis. Silke, Renate, Elisabeth, Dorothea, Xenia, Isabella. Die Silke macht sich hier mittlerweile selbst. Ja, echt macht. Ja, die macht auch so will. Ich glaube, ich habe den Sample falsch geschnitten. Ja, Gruppis ist schon die Steigerung von Beine wegrubbeln. Also mindestens verbale Anbahnungen sind dann schon da. So nach dem Motto, nach dem Konzert mal mitkommen oder was? Ja, hast du auch schon. Während du irgendwie gesungen hast, hör mal. Hier. Komm mal mit. Ah ja, nee. Ja, ja. Hat es auch schon gegeben. Ja, aber Gruppis so als richtig so. Ein Gruppi ist ja nicht nur ein Gruppi, wenn du sagst, ich nehme dich mit nach hinten und dann bist du ein Gruppi. Ein Gruppi macht sich ja selber zum Gruppi, weil er sagt, ich bin hier, weil ich geil auf die bin und das will ich denen zeigen. Und im besten Fall kriege ich es sogar ein. Aber Gruppis haben wir ja eigentlich nicht, weil wir haben ja keine Ro-Zero. Ich habe ja gerade gesagt, die machen sich ja selber zum Gruppi. Es sind nicht die, die du nach hinten holst, sondern die, die mit dem Gedanken zum Konzert kommen, dass sie da hinten landen. Also ich weiß nicht, wo du die siehst. Ich habe in letzter Zeit keine Gruppis. Auch allein auf der Rock-Sommernacht. Wo waren denn da Gruppis? Haben wir an den Gitarristen von Antidepressiva abgegeben. Hast du das geregelt? Das ist ja okay, aber dann waren es auch keine Gruppis. Ich konnte. Ach, du meinst die junge blonde Dame. Ich konnte, während das volle Konzert lief und ich vorne stand und alles gebraten hat, die Musik und das Publikum, konnte ich. Da hättest du alles auspiepen müssen, was du hochgehufen hat. Das hat ja nicht nur bei dir, das hat die auch bei mir versucht. Es ging sich ja auch nicht um mich, aber ich glaube, er hat dieses arme blonde Geschöpf suchte doch nur einen Mann nach Liebe und hat uns Alpha-Tiere auf der Bühne gegeben und hat gedacht, da musst du doch mal versuchen. Ja, aber dann haben wir sie weitergegeben. Wir reden da gleich mal drüber. Ich habe es nicht mitbekommen. Es ist auch eine Kategorie, ich nenne sie Gruppis, du nennst sie Liebesuchende. Ja, sie stand ganz vorne an dem Steg und sie fing an, in Form meines Schnürsenkels mich auszuziehen quasi. Ach, sie hat mit den Schuhen begonnen. Sie hat mit den Schuhen begonnen, wo ich dann aber auch sagen musste, dass das jetzt so nicht geht, weil ich sonst vielleicht stolper auf die Fresse falle und von der Bühne auf sie drauf fallen würde. Das würde ja wehtun. Und dann hat sie die beiden zusammengebrochen. So, und dann tat sie von mir ab und hat sich dann Dennis als nächstes geschnappt. Ich sage mal so, wenn er jetzt nicht mit der Gitarre bis nach vorne gekommen wäre, sondern hinten stehen geblieben, wäre er hätte es vielleicht gesagt. Ah, ich war nur einmal kurz vorne. Du warst nur einmal vorne, aber vielleicht stand sie auch nicht auf graue, lange Haare. Das weiß man nicht. Ja, das verstehe ich. Also sagen wir doch am Schluss, am Ende des Tages, muss man doch sagen, dass wir ein unfassbar geiles, homogenes, aus allen Richtungen, super Publikum haben. Ja, wir sind einfach total bunt. Das war ein schöner Schluss, Herr Koff. Und wir freuen uns, wenn am 2. September in der Rockfabrik Übach-Palenberg um 21.30 Uhr, wenn wir anfangen, um 21.00 Uhr fangen wir an zu spielen, mega die Post abgibt. Mit allen verschiedenen Typen. Dieser Typ hier, der macht jetzt die nächste Rubrik an. Onkel Thomas. Der Tom schnell durchzieht. Gefährliches Alpwissen. Oh, was hast du mitgebracht? Schöne Rubrik. Ich muss auf Toilette. Nö. Ich muss kacken. Ich muss wirklich, aber ich höre dir zu. Komm, ich ziehe sie schnell durch. Nee, nee, alles gut. Es sind noch ein paar Sachen, Fakten, die wir noch nicht besprochen haben. Fakten? Fakten, Fakten, ich glaube auch, dass es die Zuhörer interessieren wird. Ich fange einfach mal um, ich reiß das jetzt ab. Weil du musst ja auf Toilette. Ich will eigentlich gar nicht so lange reden. Nee, mach alles gut. Dann fang noch an, du Affel. Damit du auch auf Toilette gehen kannst. Ja, ich lasse laufen. Soll ich schon anfangen? Ja, beginne. Beginne, beginne. Ich lege mal eben die Folie aus. Ich meine, wenn du noch Zeit hast. Beginne. So, also, pass auf, Leute. So beginne eher. Ich will gerne los, ob ihr vielleicht mehr Ahnung hattet als ich. Die erfolgreichste Band der Welt. Was könnte das sein? Beatles oder Jackson 5? Torby? Stones oder der Welt? Ja, der Welt, das ist das Interessante. Da ein bisschen nehme ich, ne? Also, ja. Ja. Du musst Pippi machen, nicht? Stones. Also, es ist tatsächlich so, dass die Beatles mit 600 Millionen Tonträgern die erfolgreichste Band der Welt ist. Ah, guck da. Danach folgen Queen. Oh. Ausgeblendet. Mit 300 Millionen, das ist aber schon ein Riesenunterschied, ne? Ja, der Volk hat die Hälfte. Grob die Hälfte. Grob. Teilt sich den zweiten Platz mit Led Zeppelin ungefähr? Oh. Die hätte ich aber nicht auf dem Schirm. Auf Platz 4. Pink Floyd. Auch nicht. Ne, das ist ja gerade das Interessante an der ganzen Sache. Fünf Eagles. Öh! Da hat man ja noch keine Kohle verdient. Die sind schon bei nur noch 200 Millionen Tonträgern. Da reiht sich dann auch ein ACDC. Ja, und die spielen immerhin seit zwölf Alben denselben Sock. Ja, und Pink Floyd war gerade mal ein paar Jahre und Beatles auch nur ein paar Jahre, ne? Ja, da kann man mal sehen. Und jetzt kommen erst die Rolling Stones auf Platz 7. Ach, guck. U2. Was ich jetzt nicht gedacht hätte, Aerosmith auf 9 mit immer noch 130 Millionen Tonträgern. Aber die ganzen alten Hasen. Ja, klar. Und auf Platz 10. Jetzt kommt hier, ähm, Justin Bieber. Aber. Oh. Immer noch mit 130 Millionen Tonträgern. Ne, auch 150. Die drei haben 150. Aber immerhin habe ich gewonnen. Glückwunsch. Du bist ja so ein Heavy-Metal-Meister. Du müsstest das ja eigentlich wissen. Oder bist du auch so einer wie diese Film-Freak-Star? Nein, nur, ich höre nicht. Ne, hör auf. Ich bin kein klassischer Heavy-Metal-Meister. Geh pinkeln. Die erfolgreichste Heavy-Metal-Band überhaupt? Das Problem ist, ich weiß nicht, zählen die als Heavy-Metal dann dazu? Also Iron Maiden, Manowar ist Heavy-Metal. Ich glaube, wegen den Plattenverkäufen, trotz allem, ob ich sie mag oder nicht, Metallica. Nein. Hätte ich gedacht. Ne. Ne. Torby? Dann Black Sabbath. Ja, Black Sabbath bin ich auch gerade, überlege ich gerade. Manowar ist, ne, Iron Maiden ist mehr als Manowar. Maiden wäre hoch im Kurs. Maiden ist hoch im Kurs. Also ich löse es mal auf. Ja. Auf Platz 1, Iron Maiden mit 130 Millionen Tonträgern. 130, überleg mal, die haben weniger als der zehnte, überhaupt erfolgreiche, ne? Wahnsinn, oder? Da unterscheidet sich Gott von. Zweiter Platz, Metallica mit 125 Millionen Tonträgern. Ja, wir sind gut dabei, Tor. Und jetzt kommt was, was ich hätte niemals gedacht. Auf Platz 3, Def Leppard mit 100 Millionen Tonträgern. Die haben 100 Millionen Tonträger und müssen heute als Double Feature mit Mörtley Crew spielen. Weil sie sonst nicht... Wir hatten halt ein heftiges Hoch, aber ein kurzes. Auf Platz 4 Mörtley Crew. Hält aber auch der Klack, aber glaube ich gar nicht durch, oder? Auf Platz 4 Mörtley Crew. Oh. Das ist doch unfassbar. Auch mit 100 Millionen. Kiss auf Platz 5. Und jetzt kommt Black Sabbath, Judas Priest. Und dann wird's moderner. Korn auf Platz 8. Ah, geil. Das wird den Dennis jetzt besonders eingern, weil er kann die nicht leiden. Auf Platz 9, Megadeth. Das fasse ich nicht. Und 10, Slipknot. Megadeth, weißt du, die spielt als Vorband von... Ja, egal, okay. Ja, aber bemerkenswert. Ja. Bemerkenswert, weil du gar nicht meinst, aufgrund der Slots, den die Bands jetzt teilweise haben, dass die so viel Kohle gemacht haben. Korn hätte ich ja auch niemals so, aber klar. Ich würde auf... Ich meine, Slipknot existiert bald auch 30 Jahre oder Jahre. Ja, klar. Ich würde denken, die haben echt mehr abgegriffen als Megadeth. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ist irgendwie irre, ne? Ja. Jetzt kommt, ähm, die besten Alben der Welt. Äh. Ja, gut. Was könnte das beste Album der Welt sein? Ja, wahrscheinlich, äh, hier, äh, äh, heißt... Gehst du natürlich irgendwo... Welches ist das, wo die über die, äh, den Zewa-Streifen gehen von den Beatles? Das ist nicht Yellow Submarine. Das ist, äh... Nee. Ich bin kein Beatles-Fan, deswegen weiß ich den Titel gerade nicht. Ich, ich weiß es, äh... Abbey Road? Abbey Road. Ja? Moment, Alben generell? Alben. Oh, dann ist Michael Jackson ganz weit oben. Muss. Ich weiß noch nicht, ob das Bad oder Thriller war. Oder Thriller. Also, ich sag Abbey Road zuerst, aber ich sag auch Thriller ist irgendwo mit drin. Ihr vertut euch da komplett. Nee, das ist nur, das ist wahrscheinlich, ist so ein, ach, weiß ich nicht, was ist denn so ein, so ein, so ein, so ein, das Mainstream-Album? Du musst ja auch komplett... Nevermind. Ihr werdet euch gleich total ärgert. Nevermind. Von Queen ist bestimmt was dabei. Die Sache ist, dass die 300 Millionen verkauften Tonträger, ja, alle waren die, die Beatles gemacht haben, und die hatten ja nicht wenig. Über die Jahrzehnte. Ja, nicht wenig. Genau. Und das über all die Zeit. Und, aber auch nur ein gewisser, ein gewisser... Aber es waren halt die Ersten. Ja. Weißt du? Ja, aber es war halt auch so ein gewisser Alters, so ein gewisses Altersspektrum nur. Und es gibt aber ja auch welche, die wirklich von jung bis alt so irgendwie alle... Aber das der bei... Welche Scheibe hat denn wirklich jeder im Schrank? Darum geht's ja. Von Michael Jackson ein, und da hat der Mh gesagt. Ja, Michael Jackson wäre ich auch irgendwo. Relativ gut. Die Nevermind, ich weiß jetzt, jetzt muss er natürlich weltweit gehen, wie... Ja. Wie groß sind die halt? Was ist denn... Wie groß war die Kelly Family? Was ist denn mit Queen? Ich fang mal an. Ja. Auf Platz 1. Ich flipp aus jetzt. Du warst gar nicht so schlecht. Danke. Die Nevermind von Nirvana ist das erfolgreichste Album oder das beste Album. Ich hätte es nicht auf Platz 1 gesetzt. Ja, ich auch nicht. Aber mega. Auf Platz 2 sind die Beatles mit dem weißen Album, so White Album. Ja, es gab weiß, gelb, orange, rot, blau und so weiter. Jetzt ist es schon wieder total crazy. Auf Platz 3. Fleetwood Mac mit Remos. Das ist schon fast verjässt. Crazy, man. Dann kommt Beatles mit Revolver. Was war denn? Abbey Road zum Teufel. War das ein Album? Und jetzt auch wieder total... Hätte kein Mensch gedacht, auf Platz 5. The Clash mit London Calling. London Calling. Mega. Ja, unfassbar. Cooles Ding. Und dann kommt erste Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Auf Platz 7 die Sex Pistols. Nevermind the Bollocks. Hier ist der Sex Pistols. Achter Platz. Jetzt kommen erstmal die Rolling Stones mit einer Platte. Dann kommt Marvin Gaye, What's Going On. Und auf Platz 10, die kenne ich noch nicht mal, Portishat Dummy. Portishat. Oder so was. Ja, oder Portishat kann auch sein, aber... Crazy, oder? Das hätte doch keiner gedacht. Nevermind, cool. Aber Nevermind... Aber ganz oben hätte ich nicht gedacht. Ich hab's gewählt. Und da ist noch lange nicht Appetite for Destruction oder irgendwas. Nix, nix, nix. Black Album und so weiter. Wenn das Nevermind halt ein kulturelles Phänomen war, ja, aber auf die Eins von allen Alben hätte ich sie. Nee, ich auch nicht. Und Queen ist nicht drin. Oh. Der kommerziell beste Song. My Heart to Go On. Der Song, der am meisten eingebracht hat. Last Christmas. Nee. Ja, ey, aber gut. Ja, aber da hat er nicht weit weg. Also der Gedanke ist schon nicht schlecht. Ja, in Weihnachten. Das ist nicht Last Christmas. Ja, dann ist es aber Jingle Bells. Nein. Nee. White Christmas. War einer nicht? White Christmas. White Christmas. Bing Crosby. Bing Crosby, White Christmas. Mit 50 Millionen. Alter, ein Song. Ein Scheißsong. Du musst nur einen Song schreiben. Platz zwei. Ed Sheeran mit Shape of You. Das, finde ich, ist eine Frechheit. Ja, pass auf. Platz drei ist noch eine viel größere Frechheit. Despacito von Louis Fonsi. Ja. Despacito. Deswegen glaube ich einfach nicht mehr an die Musik. Oh, jetzt aber wieder einer, der es verdient hat. Auf Platz vier. Elton John mit Candle in the Wins. Ach, der Diana-Song, ja. Dann gibt es irgend so einen Chinesen. Tianzan mit Spotlight. Rihanna ist auf Platz sechs mit Work. In the Summertime, Monkey Jerry. Ich kenne nicht den Song Work. Ich kenne Umbrella. Dann auf Platz acht. Habe ich auch noch nie gehört. Petit Papa Noel von Tino Rossi. Ja, das ist ja auch ein Petit Papa Noel. Noel ist ja auch ein Weihnachtslied. Petit ist ja klein. Papa Noel ist der Weihnachtsmann. Und auf Platz neun. Ich habe nur neun genommen. Das passt ja nicht mehr hier hin. Bill Haley. Oh, Rock Around the Clock. Nummer zehn, weiß ich. Schnappi das kleine Krokodil. Und jetzt zu guter Letzt noch die Lieder, die in den deutschen Charts am längsten in den Charts waren. Boah. Ja, am längsten. In den deutschen? Ja. Ah. Also erst mal Roller Apache. Das ist richtig, das ist Platz eins. Und da 184 Wochen. Jo. Habe ich letztens noch gelesen, bin ich ganz ehrlich. Ey, das ist doch unfassbar. Mit Diamant. Dann Kelly Family Angel. Nein. Nee. Aber Komet ist auch weiter, glaube ich, mit dabei. Aber wir reden von allen Zeiten. Aber am längsten nicht. Am längsten auf Platz eins. Am längsten in den Charts. Ach so. Ja. Backstreet Boys oder Take Vap sind dabei. Tom O'Dell mit Another Love war 183 Wochen. Unfassbar. Kenn ich noch nicht mal. Ja, eben. Last Christmas von Wham 166 Wochen. Von Wham? Ja. Deiner Cousine. Dann The Weekend mit dem Song Blinding Lights. Aber 140 Wochen. Aha. Melanie Thornton. Oh. A Wonderful Dream. 137 Wochen. Ja, aber das sind die Saison-Hits. Macklemore and Ryan Lewis featuring Ray Dalton. Can't Hold Us. 136 Wochen. Ja, Gesundheit. Paul und Fritz Kalkbrenner. Oh, ja gut. Sky and Sand. 129 Wochen. Äh. Tones and I. Dance Monkey. 125. Was hören wir denn für den Scheiß? Was hört ihr denn? Jetzt kommt wieder eins, was wir kennen. Helene Fischer. Atemlos. Mit Atemlos. 117 Wochen. Und jetzt kommt noch Glass Animals mit Heat Waves. Und als letztes habe ich hier noch stehen, der Platz 10 oder was das ist. DJ Ötzi und Nick P. mit einem Stern, der deinen Namen trägt. 108 Wochen. Also, viermal Platin. Bis auf Apache auf Platz 1 muss ich ja sagen. Leute, wir Deutschen können es einfach nicht. Deutschland, was ist mit euch los? Was tröte ich für eine Woche? Ja, oder? Das hätte doch keiner gedacht. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, deutschen Charts, irgendwie die toten Hosen mit dem Song oder Rammstein allein ist. Platz 1 hat der auch nicht verdient. Also, das ist doch scheiße. Kann man mal sehen. Interessant, ne? Das war ein schönes Halbwissen. Ich bin völlig baff davon. Ganz ehrlich. Auch. Das kannst du ja gar nicht mehr sagen, ne? Ne, eigentlich nicht. Besonders nicht. Wie lange geht der Podcast schon, Horst? 78 Minuten und jetzt gib mal Gas. Da können wir aber noch ein bisschen drauf, oder? Ja, wir müssen ja noch die eine Rubrik jetzt hier. Wir sind bei L. Die willst du auch noch? Ja, okay. Guten Abend. Wir haben endlich den Torben wieder. Wir feiern, dass der Torben wieder da ist. Das Musikerlexikon. Heute Filme mit L. Last Samurai. Last Man Standing. Ist das nicht eine Serie? Nein, das ist ein Film mit Bruce Willis. Und Christopher Walken. Müssen es Filme? Darf es auch eine Serie sein? Nein, wir sind noch bei Filmen. Wir sind noch bei Filmen. Und ich habe Last Samurai gemacht, weil das ist der Einzige, was ich mir einfiel. Oh, nee, ich habe einen. Lost Kingdom. Oh, sehr gut. Lilo und Stitch. Sehr gut. Last Boy Scout. Haben wir auch was ohne Lost oder Last? Ist doch egal. Ähm. Hier. Warum? Wir haben tausende Filme geguckt. Warum fällt uns das so ungeschmäh? Ich finde L aber auch wirklich schwer. Bis jetzt sind mir ja welche eingefallen. Hier. Lost in Translation. Lost in Paradise. Nur noch Last und Lost. Lassi. Oh. Long John's Hilfe. Nee, den gibt es nicht als Film. Doch, als Porno-Film. Ja. Oh, da. Ah, der macht Porno. Moment. Muss ich trotzdem noch? Ja. Ach, scheiße. Liebe, äh, liebe, äh, liebe Gemeinde. Mir fällt gerade nichts ein. So einfach. Das liegt quasi, oh, ich weiß gar nicht. Das ist so einfach. Lambok. Ha. Boah. Boah. Wow. Huh. Pizza, du Fotze. Gibt sie frei. Gibt sie frei. Nee, ist, äh, Limbo-Ihrfotzen. Ja, richtig. Limbo-Ihrfotzen. Oh, scheiße. Super. Limbo. Limbo. Äh, Love, Forest, Lauf. Fast. Wir machen jetzt Filmzitate. Nee, ähm. Nee, nee, nee. Wir nehmen, ähm, ähm. Äh, 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 Lord of the Ring. Musst du gelten lassen. Ja, leider ja. Lethal Weapon. Wow. Lethal Weapon 2. Ja, Moment, englische Titel gehen ja. The Last Unicorn. Na, ha, 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 ha. The Last Unicorn, du bist dann, du Affe. Gibt, gibt es einen Film? Ja. Also, den, den Vornamen von ihm gibt es. Gibt es, gibt es auch einen Film, der einfach nur Lektar heißt? Ja, ne? Nein. Nee, ist Hannibal. Ist eine Neuverfilmung. Ja, ja, deswegen sage ich ja, den Vornamen gibt es ja als Film. Aber ich meine, es gibt ja jetzt die Neuverfilmung. Nein. Das ist eine Serie. Ja, halt die Schnauze. Ich hab'n versucht. Ich hab' noch einen Film. Hm? Äh, Land, ähm, ah, äh, den hab' ich auch noch. Das ist auch gut. Ja? Land, ja, Land vor unserer Zeit. Äh, Land, Land, Lendenwirbel. Ja, das ist geil. Oh, ich hab' noch einen. Äh, jetzt hör' doch auf, jetzt setz mich doch nicht so unter Druck. Ich hab' schon drei jetzt im Kopf. Das macht er dann extra, dass ich ihn wieder vergesse über die Zeit. Nee. Ähm. Na? Nee. Ich bin raus. Sorry. Oh. Boah. Little Man. Lucy, der Schrecken der Straße. Ah, ich hätte einen gehabt. Verrasch ihn mir. Hä? Das ist eine Serie. Das ist doch ein Film. Nein. Das ist nicht. Das wollte ich, das wollte ich schon zu Beginn sagen, aber ich darf ja keine Serien sagen. Es gibt hundertprozentige Filme, der so heißt. Nein. Ähm. Ah. Konter dich sofort. Little Things, der war letztens. Ja. Lance Washington. Lance Washington. Land of the Dead. Mhm. Da war Land. Den Wirbel. Lord of the Illusion. Boah. Lanza. Alter Kriegsfilm. Schwarz-Weiß. Ich konnte mich jetzt leider nur an die Band erinnern. Äh. Boah. Äh. Lem. Lem. Äh. Lucy vergibt nicht als Film. Ja, ach. Ich hab nachgeguckt. Ich geh, ähm. Musst Pipi? Pipi. Ja, geh mal. Ja, ihr macht ja hier euren, äh. Ja, das wird jetzt ein harter Bitchfight. Ja. Also mit Little gibt's noch was. Little Man. Ähm. Ne. Du darfst nicht helfen. Den hab ich, weiß ich. Den hab ich im Kopf. Den hab ich im Kopf. Hallo. Geh. Es regnet aber gar nicht. Oh, oh. Die Ufos kommen. Gibt's da noch hier mit, äh, ähm, ne? Mhm. Lights Out. Ha. Little Nicky. Ha, ha. Ah, fuck. Äh. Fuck. Ja, ha, ha. Warum bin ich denn jetzt schon wieder dran? Ah. Äh. 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 Gewitter. Le Vitton. Le Vetton. Äh. Le. Le. Äh. Le. Le Grand. Le. La Buche. Der Mund. Äh. 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 Hilf mir doch. Weiß nicht, was du willst. Ach, scheiße. Und das war auf jeden Fall. La Boom. Der heißt die Fete. Ja. La Boom die Fete heißt der. Ja, ja, ja. Die Popcorn-Szene sag ich nur. Ähm. Lasseter. Alter Western. Boah, kann jeder erzählen. Stimmt. Ja. Light of Day. Ah, der ist auch nicht schlecht. Doch, aber egal. Das ist ein Film. Du hast gewonnen. Oh, das ist doch scheiße. Komm es raus. Aber das waren viele mit Elf. Okay, Serien. Lucifer. Lost. Ja. Das waren auch die einzigen, die ich kenne. Aber immerhin. Ja. Dann machen wir jetzt ohne Torben. Komm, wir gehen einfach in die nächste Rubrik rein. Schnell. Ja. Wir ziehen das jetzt eiskalt durch. Oh, hast du noch einen Ohrwurm, Tom? Einen Ohrwurm? Ja, so richtig Böden. Ja. Also gegen Ohrwurm hilft dir ein belegtes Brot mit Schinken immer, ne? Was ganz, ganz schlimmer Ohrwurm ist, ist He Macarena. Nein, ich habe gewonnen. Wir sind beim Ohrwurm. Er hat gewonnen. Ich habe gewonnen. Hast du es nur den Dänky oder er? Ich. Wir lümmeln aus der ersten Reihe. Also ich finde ja, was du jetzt auch hier in dem Einspieler da hast, He Macarena war immer ein unfassbarer Ohrwurm, der auch wirklich nicht mehr aus dem Kopf rausgeht, solange du im Urlaub bist zumindest. Ich habe einen unscheinbaren Ohrwurm. Was ist denn ein unscheinbarer? Ein unscheinbarer ist, dass das gar nicht so einen hohen Wiedererkennungswert hat durch Wiederholungen, kurze Refrain oder so. Aber wenn du eine Zeile singst, mach der Rest mit. Dann sing mal. She's just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train, going anywhere. Aber nicht alle. Ich mache da nicht. Don't stop, believe it. Einer auch der geilsten Lieder. Großartig. Don't stop believing. Das ist doch ein Ohrwurm. Doch, das ist ein Ohrwurm. Ohrwurm. Doch, also ich habe auch immer dieses. Da bin ich nicht bei euch. Ich habe immer diese eine Textpassage. It smells, it smells, it smells. Like Dean's Spirit. Nee. Sweet perfume. Ja. In the midnight train. Sweet perfume. Ah, mega. Ah, doch. Kann ich nachempfinden? Nee. Ja, doch. Das kommt so immer mal wieder. Don't stop believing. Du machst auf jeden Fall weiter. Ja, ja. Das ist kein wahrer Ohrwurm. Ich höre schon alle Zuhörer singen. Ja. Kommt, kommt, kommt. Ja, bei mir ist er auch hin und wieder mal präsent gewesen. Über die Hälfte der Zuhörer. Was ist denn so noch bei dir präsent? Ähm, lau, da tust sie auch. Über die Schützenfesttage. Ich bin jeden Morgen wach geworden mit, wir sagen Dankeschön, 50 Jahre, die Flippers. Das ist sogar auf der Playlist draufgekriegen. Ja, wirklich, ne? Wir sagen, morgens wach geworden, wieder so, wir sagen Danke und ich denke, nein. Ich dachte das von den Looney Tunes, wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas schauen muss es sein und da ist es Bühne frei. Dann sind wir mit dabei. Nee, ähm, ganz übel. Ich habe vorher diesen Ohrwurm noch nicht gehabt, bis ich irgendwann auf ein Bild stieß, wo drauf stand, ähm, Schlitzschraubendreher, reimt sich übrigens auf die Melodie von Santa Maria. Schlitzschraubendreher. Und seitdem hasse ich diesenjenigen, der das reingesetzt hat und seitdem, jedes Mal, wenn ich dann am Hof bin und so weiter und ich muss das, Schlitzschraubendreher. Du hast deine Schraube verloren. Musst gleich noch vier Löcher reinbohren. In das Scheißholz scheit. Also da, bei ihm. Das ganz, ganz Schlimme ist ja immer nur dieses Schlitzschraubendreher. Und du singst nicht weiter. Und dann machst du so, na, 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 na. Und dann passiert irgendwas und du bist wieder bei Schlitzschraubendreher. Und du denkst, ey, fuck, weißt du, dieser scheiß Schlitzschraubendreher. Du wirst auch nie wieder das Lied richtig singen. In zehn Jahren fragte ich jemanden, wie heißt das Lied? Sagst du nicht Santa Maria? Ja, Schlitzschraubendreher. Schlitzschraubendreher, mein Gott. Boah, das war kacke. Ja, das ist genauso wie Dione, du musst besoffen bestellen. Das kriegst du auch nie wieder raus. Musst besoffen bestellen. Ne, ist aber so. Das kriegst du nicht mehr raus. Ne, da vorne links. Das ist genau das Schlagge. Ja, es gibt so manche. Oder bei Pink Floyd. Hol ihn, hol ihn unter das Dach. Ja. Der Kinderchor. Ganz übel. Aber, ähm, das ist wirklich, und das ist eingebrannt, ne, dieses, äh. Der Schlitzschraubendreher. Ne, das, äh, das hier auch, ähm, ähm, du musst besoffen bestellen. Und das Geile ist, jeder weiß, was gemeint ist, keiner weiß, wie es richtig geht. Wenn du, ich hab's dann mal gegoogelt, hab mir den richtigen Text mal gelesen, ähm, da kommst du gar nicht drauf, was die da singen, dass das der Text sein soll. Also, es muss heißen, du musst besoffen bestellen. Ja, der singt, there must be something irgendwas. Und das passt aber nicht da drauf. Ja. Ja, ja, Weltklasse. Ah, so. Ich bin der Hit, ich glaub nur drei Minuten. Ich muss das hier schnell durchlaufen. Oh, killer. Ich mach's relativ kurz, weil man da jeden Song von anhören kann und, äh, die Band einfach endlich mal wieder was rausbringen sollte. Das Debütalbum von Three Doors Down, The Better Life. Oh, das ist schön. Jeder Song ein Hit. Super. Das war moderner Rock'n'Roll. Punkt. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich nehme JBO explizite Lyrik. Ich mag ja die, äh, laut mehr. Ja, ich mag ja explizite Lyrik mehr. Ich find Meister der Musik gut. Ja, Meister der Musik ist auch sehr viel hin. Auch gut. Und Rockmusik. Na, nee. Nein. Doch, doch. Nach 666 war Ende. Das war, das war auch nicht so meine. Was denn? Nach 666 war Ende? Nee, das war auch nicht so meine. Der geilste Song ist immer noch Wacken, das nur einmal im Jahr. Das ist auch nicht richtig. Ja, nee. Aber nicht das, ja, ja. Wir reden aber vom ganzen Album. Ach so. Nicht von den einzelnen Liedern. Wir haben ja hier All Killer No Filler. Was ist denn auf der expliziten Lyrik? Der ist auch hier. Ja, hier, Karl, die Kackschrei, mal all diese Playboy drin, Metal und so weiter. Mal all diese Playboy drin. Ejakulation Precox. Precox ist auch drin. Das ist schon mit die Beste. Wobei, die Meister der Musik. Ja. Mit dem Hofner. Ja, absolut. Aber die explizite Lyrik kannst du, ist ja nicht ausgeschlossen, dass die genauso ist, aber die explizite Lyrik kannst du von Anfang an bis Ende durchhören. Kuschelmetal ist drauf. Ja. Da ist ja alles drauf. Ja. Ja, der Weltklasse. Schlumpfozid im... Schlumpfozid im Sperrbezirk? Ja. Ich dachte, das heißt Genozid in... Ach nee. Äh, was? Hast du noch? Hm? Tom hat die Gruppe verlass. Hm, was denn? Ach so. Äh, ich bin hin und her gerissen. Ja, dann entscheide ich für das Heer. Ich bin echt hin und her gerissen? Mir ist es egal, ich war pink, wir können weiter. Ich hab Zeit. Aber jetzt hat er wieder Zeit. Ich finde, früher, als ich noch jung war, hab ich ja immer gerne die EHV gehört, weil auch eine sehr geile Band. Mhm. Und ich fand die Platte Liebe, Tod und Teufel immer supergeil. Die konntest du auch von oben bis und durch. Und war wie ein Hörspiel teilweise gemacht. Da waren ja ziemlich viele Lieder drauf, allerdings auch zwischendurch Gags und Witze. Warum verwechsel ich EHV immer mit Turnsteine Scherben? Der Turnsteine Scherben ist eine Punk-Band. Ja, aber warum verwechsel ich die? Das wäre auch TSS und nicht EHV. Ja, aber warum verwechsel ich die immer? Weiß ich nicht. Und die sind, glaube ich, musikalisch nicht mal ähnlich. Also ganz am Anfang war ein EHV auch eine Punk-Rock-Band. Ganz am Anfang. Der Punk war es nicht. Ja, doch, ziemlich hart eigentlich. Ja, aber es war Rock, es war kein Punk. War Rock? Ja, es war Rock. Und dann sind die erst in dieses Komödianten-Ding reingegangen. Wobei das auch immer mit Satire und ernsten Themen auch zu tun hatte. Absolut. Ich meine, der Burli hat rechts und links Drei-Urli. Ich merke das selber, ne? Also ist zwar vielleicht auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite. Nicht. Nicht wertvoll. Nicht. Nicht. Ja. Also Liebes Blut und Teufel, die würde ich, also die fand ich immer gut. Rauf und runter. Gut. Oder die drei Fragezeichen und der Super-Papagei. Jetzt nicht noch mehr hier. Nee. Mach eins. Noch eins. Das längste Mixtape der Welt war es drauf und dann verabschieden wir uns in einem Kitzensitz. Das Rockhütte-Mixtape. Ja, ich fang an. Aus dem Grunde, ich hab mal keine Schreimusik. Ach was. Ich habe heute, dem heutigen Tag, dem The verschrieben. Aha. Den The-Bands. Und The-Bands machen immer so. The Hives. Nee, die machen irgendwas. Ja, die sind jetzt auch wieder aktuell, aber nein. Irgendwas mit Indie oder so. Ich habe einmal The Distillers mit Drain the Blood. Weibliche hier Frontfrau und so. Ganz selten, ne? Gender und so. The Killers mit When You Were Young. Großartiger Indie-Radio-Song. Und dann noch, längst vergessen leider, The Vines mit Right. Okay. Dann mache ich weiter mit The. Bosshaus. Nee. The Neurosis, aber auch eine deutsche Band. Haben wir ein Lied von drauf bis jetzt. Und eine geile Nummer von denen und auch so ein Ohrwurm-Ding, das regt an zum Mitsingen, ist The Usual Suspects. The Usual Suspects. The Usual Suspects. Cooles Ding. Und von The, da bin ich auch bei, mache ich weiter mit The, mit hier mit auch Frauen, ne? Ex-Thundermother. Ex-Frauen? Nee, du hast ja eben auch hier weibliche Frontfrauen. Ex-Thundermother. Die haben sich ja so ein bisschen zerstritten und ein paar von denen haben sich neu filmiert als The Gems. Ah ja, stimmt. Like a Phoenix, Hammer Nummer. Ja. Also ohne Scheiß, musikalisch fett. Das muss ich mir anhören. Gesang, ja, ist halt so manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dann nicht. Nee, wenn, 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 das ist schade, finde ich. Weil die, die erreicht Höhen, das ist unfassbar. So wenn, wenn. Höhen können nerven. Höhen können nerven, tun sie nicht. Okay. Das ist manchmal so ein bisschen, weißt du, wenn ein Mann, äh, oder wenn eine Männergruppe diese Nummer rausgebracht hätte, wäre es wahrscheinlich noch mehr durch die Decke gegangen. Weil es ist, es ist fett gespielt und die, die zeigen ihr können und das machen die gut. Und das ist ja auch ne Hausnummer, die können ja was, ne? Ähm, aber das ist ne, ne wirklich schöne Nummer. Und geil gesungen, geil gespielt, ähm, sollte man sich mal anhören. The Gems. Und, äh, dann gebe ich ab an The Tom. Ich nehme von, äh, The R.E.M. Gehaut. Losing My Religion. Oh, ich hab so gehofft, dass wir diesen Song einfach vermeiden. Nee, ich saß heute bei der Arbeit, es lief und wieder so, weißt du, so mit dem, ah, du. Es ist, das ist auch leider Gottes ein Ohrwurm, den keiner haben will. Also immer wenn dieser Song anfängt, mache ich in der Notaufnahme auf. Dann hätte ich gerne von, äh, The IAV, Burli, weil wir eben drüber gesprochen haben, schönes Lied. Einen darfst du noch. Einen darf ich noch? Einen darfst du noch. Ähm, dann hätte ich gerne von The Peter Frampton. Oh. Und zwar von der, vom Live-Album, das ist ganz wichtig, vom Live-Album, äh, Frampton Comes Alive, hätte ich gerne, do you feel like we do? Gut. Aga, 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 ich hätte, nein. Aga, aga, am Arsch, ey. Ja, das war mit, mal wieder einer der längsten Podcasts mit Torben, die nächsten sechs Wochen verbringt ihr dann nur mit Tom. Wir sehen uns bald, ich komme auch nicht mehr. Ähm, 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 was? Du musst noch Werbung für unseren neuen machen und für unseren neuen Podcast, den wir nur, wir zwei machen. Hallo? Ohne Tom. Bitte? Jetzt habe ich, jetzt habe ich, jetzt habe ich, jetzt bin ich leider ein bisschen zwiegespalten, weil mit ihm mache ich auch noch einen. Ach so. Über Filme. Ach, ihr? Ja, das ist ganz neu, wir verreißen die einfach alle. Ach, ihr macht jetzt Filme und wir, ah, okay. Worüber reden wir denn? Wir reden einfach strunzdummes Zeug über Filme. Scheint ja gut an. Torben, worüber willst du denn mit mir reden? Über vier Hochzeiten Todeswahl. Ja. Das kriegen wir überhaupt, das kriegen wir über 600 Episoden hin, oder? Ja, wir können ja erstmal klein anfangen. Hm. Ja. Ist okay. Erstmal nur über eine Hochzeit. Also es wird nicht langweilig. Inzwischen kriegt... Hör mich vielleicht auch. Nein! Nein! Inzwischen kriegt ihr übrigens auch separate Playlists auf Spotify, unsere Rockhütte-Hörspiele. Aufgrund der großen Nachfrage. Separat. Separat. Direkt unter Drei-Frage-Zeichen, Fünf-Freunde, TKKG und... Benni am Ende Tümpchen. Warum hast du da hingeschrieben, das wären Erwachsenen-Hörspiele, weil da so oft Ficken gesagt wird? Ich finde die Bezeichnung lustig, weil das ist was, wo ein Erwachsener noch drüber lachen kann. Aber warum darf sich das kein Jugendlicher an? Dürfen nicht, das ist mir auch schon egal. Aber die sehen ja, da steht Erwachsene-Podcast, dann denken die, dass das Grinchen hört. Ja, aber es ist ja nicht explicit Lyrics da. Außerdem, wie viele Kinder hören den Podcast? Außer meine. Aha. Wir haben nur einen weißen alten Mann im Podcast, also ist das nicht zufrieden. Und der hat aber keine Kinder. Jetzt reden wir nur noch aus Schwachsinn. Können wir jetzt endlich gehen? Ja. Komm, kann ich jetzt bitte gehen? Gut, tschüss. Können wir bitte gehen. Bis bald. Tschö. Alles Liebe, alles Liebe. Tschö. Das war der Rockhütten-Podcast. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail unter podcast.rockhütte.com. Danke und bis zum nächsten Mal. Game over.